Quantic Dream Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal geht es um das Spiel Fahrenheit aus dem Jahre 2005. Es ist von den Entwicklern Quantic Dream, die auch Beyond Two Souls und Heavy Rain gemacht haben. Also, das Spiel ist zuzuordnen zu einem interaktiven Film. Es ist einfach nur ein legendäres Spiel. Ich habe das damals gezockt, also vor 13 Jahren und ich war so fasziniert. Dieses Spiel hat das ganze Genre erfunden sozusagen, hat überhaupt alles auf den Kopf gestellt. Noch nie gab es Spiele, die so waren wie Fahrenheit. Dass man Entscheidungen treffen kann, die das Spiel beeinflussen und die Handlung ändern können. Wir fangen einfach an mit einem neuen Film, wie es da steht. Und ja, starten wir mal mit dem Tutorial. Ich muss auch wieder reinkommen, ist ja jetzt schon ein Jahrzehnt her. Ich weiß auch gar nicht mal wirklich, was großartig passiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ganz schön abgehoben ist. Wirklich crazy. Am Anfang fängt es noch leicht an und danach wird es auf einmal skurril, aber auf eine geile Art und Weise. Okay, fangen wir mit dem Tutorial an. Hallo, ich bin David Cage, der Autor und Regisseur von Fahrenheit. Ich dachte mir, Sie sollten auch ein paar Dinge wissen, bevor Sie beginnen. Das ist mein Freund Bob. Mit ihm erlernen Sie die Grundlagen. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Gehen Sie zu der Markierung auf dem Boden. Okay, wie ihr seht, der Controller ist dann noch von der PS2. Also da wurde doch nichts remastered oder so. Das ist wirklich eine komplette PS2-Portierung. Aber ich spiele gerade auf der PS4. Okay, halten Sie beim Gehen die X-Taste gedrückt. Okay, mit X rennen, alles klar. Juhu, hallo. Talali, talala. Okay. Perfekt. Die Fortbewegung wäre geklärt. Sie werden aber auch Ihre Umgebung beobachten müssen. Dafür müssen Sie die Kameras direkt steuern können. Also, versuchen Sie es. Okay, drücken Sie die L1-Taste und die R1-Taste. Aha, ach so, so meinte das. Ich drücke, ich bleibe auf R1 und dann nach rechts. Sie können sich auch umsehen, um die ganze Umgebung abzusuchen. Mhm, okay. So, das meinte jeder mit dem rechten Analog. Alles klar, hab verstanden. David Cage. Okay. Dann gehen wir mal zur Tür. Ich kann sogar mit dem Steuerkreuz spielen. Krass. Das war noch Zeit. Sehen Sie das Symbol oben am Bildschirm? Es zeigt Ihnen die Bewegung, die Sie machen müssen, um eine Aktion auszuführen. Machen Sie sie ganz langsam, um genau zu spüren, wie Sie den Arm Ihres Charakters steuern. Nur zu. Okay. Dann öffnen wir mal die Tür. Ich glaube, ich muss ja nach oben drücken. Alles klar, hat funktioniert. Na also, nachdem Sie nun wissen, wie man läuft, die Kameras steuert und mit der Umgebung interagiert, können wir uns Wichtigerem zuwenden. Fahrenheit enthält Action-Sequenzen, in denen Sie um Ihr Leben kämpfen müssen. Ich erkläre es Ihnen besser noch genauer, bevor Sie auf sich hereingestellt sind. Okay, gehen Sie zum Fitnessgerät. Es ist halt noch ein bisschen ungewöhnlich, dass ich mit R1 und L1 die Kamera drehe und dann mit dem rechten Analog einfach nur nach rechts schwenke oder nach links. Das ist halt noch... Daran muss ich mich halt noch gewöhnen. Ah, da ist das Fitnessgerät. Ach, früher im Unterricht wussten wir nie, was wir damit machen sollen. Uns hat keiner erklärt, dass es Sportgeräte sind. Wir dachten einfach, dass man da hochklettern kann und wieder runterklettern. Wenn dieses Symbol oben am Bildschirm erscheint, muss eine körperliche Anstrengung vollführt werden. Und das nicht nur von Ihrem Charakter. Okay. Abwechsel. R1, L1. Komm schon! Bis da ganz oben habe ich nicht gepackt. Hey, nicht schlecht. Jetzt etwas Schwierigeres. Okay. Sie werden in Fahrenheit allen möglichen Gefahren ausgesetzt sein. Da braucht man einen kühlen Kopf und gute Reflexe, um zu überleben. Und so funktioniert es. Okay, David, ich bin bereit. Achso, mit den Analog-Sticks. Ah, okay, alles klar. Es passiert leider, wenn die Reflexe zu langsam sind. Sorry. Okay, David, ich bin bereit. Super. Okay. Nicht die Tasten drücken, sondern nur den Analog. Juhu. Okay, das klappt ja bestens. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sie können in Fahrenheit auch wählen, was Sie in den Dialogen sagen möchten. Versuchen wir's. Ähm, wie finden Sie meinen Freund Bob? Der könnte sich mal was anziehen. Sexy, nett. Nein, ich bin ja nicht schwul, also nett. Hey, Bob, was sagst du dazu? Okay, die Dialoge werden also auch abgehakt. In Fahrenheit haben Sie nur begrenzt Zeit, um sich zu entscheiden. Langes Grübeln ist nicht drin. Jetzt kommen wir zur elementalen Verfassung. In Fahrenheit wirken sich Ihre Aktionen auf die Gemütsverfassung Ihres Charakters aus. Sobald sich diese verändert, wird dieses Symbol angezeigt. Vernachlässigen Sie dies nicht, denn sonst werden Sie noch depressiv, verrückt oder begehen gar Selbstmord. Was? Oh, fast hätte ich was Wichtiges vergessen. In Fahrenheit können Sie alle Hauptcharaktere steuern. Und nicht vergessen, jede Ihrer Aktionen beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Okay. Ein letzter Rat. Erst denken, dann handeln. Das wär's. Ich hab Ihnen alles erzählt. Oder fast alles. Es gibt noch immer jede Menge Sachen zu entdecken. Aber wir wollen ja auch nicht alles im Voraus verraten. Dann kann das Abenteuer ja losgehen. Denken Sie dran. Sie betreten eine Welt, in der alles möglich ist. Es ist ja auch ein Film. Juhu! Okay, ich bin bereit. Atari. Quantic Dream. Präsentieren. Der Schein drückt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen. Aber wir sehen nur ihr Äußeres. Wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubt an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Cain. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Fahrenheit. Anspielung auf. Die Temperatur. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York. Die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Wir sind in New York. Man merkt jetzt schon, diesen filmischen Aspekt. Wie es auch zum Beispiel in Heavy Rain zu sehen war. Dox Diner Einhändisch 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 Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Es war auch ein absolutes Novo mit den Splitscreens, den Videospielen. Einfach nur geil. Ah, okay. Bin ich gerade in der Ego-Perspektive? Okay. Ah, wenn ich R2 drücke, bin ich im Ego-Modus. Okay, dann gehen wir mal rein. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Oh. Gibt es irgendwelche... Was ist mit dem Opfer? Wer ist das Opfer? Er heißt, ähm, John Winston. Ein Stammgast hier am Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Gibt es irgendwelche Zeugen? Hat jemand was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, niemand hat was gesehen. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Wie... Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Tisch? Was für Tisch? An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben, die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Alles klar. Wie die miteinander geredet haben, die Gespräche, die Synchronsprecher. Aus heutiger Sicht kann man sagen, okay, es wirkt ziemlich abgelesen und so weiter. Aber aus damaliger Sicht war das auch wieder was Neues, was Innovatives, dass wirklich sich Mühe gegeben wird, ein Drehbuch zu schreiben mit richtigen Sprechern, die professionell arbeiten. In der englischen Sprachausgabe ist etwas besser. Aber jetzt heutzutage sind die ganzen Spiele ja auch wie Filme geworden. Die Synchronsprecher sind einfach top. Und das war auch so eine Art Vorreiter-Erfahrenheit. Okay. Sprech mal kurz mit einem Kollegen. Tyler. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber ist ein prima Kerl. Ich kann jetzt noch die Charaktere wechseln, warte mal. Ah, jetzt bin ich er. Okay, Tyler. Der läuft auch total stereotypisch, aber ist okay. Dieser Typ ist der gestorbene Beweis dafür, dass Pinkeln gehen ungesund sein kann. Okay, die Frau. Wenn ich mit der Frau rede, dann mit der Frau. Weil die kann ja vielleicht ein bisschen Gefühl, ein bisschen mehr Gefühl reinbringen. Dann kann sie gleich mehr aus ihr rauslocken. Aber gehen wir mal ganz kurz zu dem Tisch vorher. Da hat er gehockt. Hm. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Schau dir mal alles genauer an. Fingerabdrücke. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist der Koffeinsüchtig, oder er war nicht allein. Danach muss ich die Bedienung unbedingt fragen. Na ja, ich, wenn ich was esse, hol ich mir auch eine Cola und dann hol ich mir auch noch mal einen Kaffee noch nebenbei. Aber, na gut. Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Aha. Was ist denn unter dem Tisch? Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wer das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Kannst du ja mal bitte sagen, oder? Okay, gehen wir zur Frau. Und wenn wir dann reingehen zur Toilette, dann ist Tyler dran. Erstmal zu ihr. Es sind jetzt schon fast elf Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Der einhändig gepinkelt hat. Kannten Sie das Opfer? Kannten Sie das Opfer gut. John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab ihm Ertrinkgeld. Deswegen mochten Sie ihn. War sein Verhalten verdächtig? Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Achso, ich habe mich verdrückt. Ich zahle ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich meinte eigentlich, war sein Verhalten irgendwie komisch. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Das Buch da unterm Tisch, das muss ihm gehören. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Nur mit mir. Kannte John den Verdächtigen? Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein. Das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintrab. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Okay. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein. Es war eigentlich alles wie immer. Was ist mit dieser Tasse Kaffee? Auf seinem Tisch stand eine Tasse Kaffee. Können Sie sich noch daran erinnern, ob er es bestellt hat? Eine Tasse Kaffee? Nein. Nein, ich bin mir sicher, er hat keinen Kaffee bestellt. Aha. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott. Mit fühlen. Alles wird gut. Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau da drauf. Was geschah dann? Der Mann kam zurück, bezahlte die Rechnung und ging. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. War das irgendwie komisch oder was? War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein. Warten Sie. Doch. Jetzt fällt es mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott. Hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Oh jo. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Verhandlungskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Die scheiße Magret. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Wow. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Morten wird Sie nach Hause begleiten. Noch ist er nur ein Verdächtiger. Jetzt erinnere ich mich auch, dass ich das Spiel damals auf dem PC gespielt habe und nicht auf der Playstation. Fällt mir jetzt nur nebenbei ein. Gehen Sie schlafen. Ruhen Sie sich. Tyler, du bist dran. Du gehst jetzt auf die Toilette. Kann ich mit den Jungs reden? Siehst du fertig aus, Tyler. Ja, ich habe seit drei Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf kriege, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst keiner nicht. Die ist im Stande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so dickköpfiges habe ich selten gesehen. Man muss aber auch sagen, ich erinnere mich aber auch an damals. Damals, die Grafik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, aber damals erinnere ich mich noch, dass die Grafik damals schon nicht auf dem höchsten Stand war. Also es gab Spiele mit einer besseren Grafik. Und die Sprachausgabe, die Sprechstatt, das ist damals auch schon mir ein bisschen aufgefallen, dass es alles ein bisschen aufgesetzt ist. Aber es sind auch alles Budgetgründe. Es ist ein neues Genre gewesen. Es ist ein interaktiver Film, dass so viel gesprochen wird. Und ja, kleiner, kleine Infos nebenbei. Ungewöhnlich dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Ist aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Okay, ein bisschen mit den Leuten reden, ein bisschen wach werden. Und Carla? Oder Kali? Wie heißt es? Keine Ahnung. Egal, lauf weiter. Wir gehen mal aufs Klo. Okay, achso, Carla ist mitgegangen. Schauen wir uns mal hier oben. Ist hier was? Wieso betätigt er die Spiele? Geht nicht. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Hm. Weißt du, weißt du, ob die Familie Bescheid heisst? Glaub ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Okay, kann... Ich laufe hier auch schön auf den Blutspuren drauf. Okay. schon 2005 haben die Leute nur auf dem Handy drauf geschaut. So, ist hier was? Fresh, fresh, exciting. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Hm. Ja, vielleicht. Fresh, fresh. Okay. Ist das Mülleimer? Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Er hat keine Papierantischer benutzt. Ah, ist das heiß, wenn die Haare und Hände trocken sind. Okay. Da tauf ich mal durch. Ist hier noch irgendwas, was ich zu beachten habe? Okay, der schläft hier. Wollen wir mal, war da noch was? Okay, nur die Toilettespülung. Wenn du dir noch das Breakdance gemacht, pinkel mal vor ihr. Tyler? Ey. Was denn? ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wachhalte. Oh, sorry, ich hab Kala ein bisschen gestresst. Okay, wasch dir mal die Hände. Kann ich mir nicht die Hände waschen, oder was? Oh, Mann, ist es eklig. Ah, hier ist doch eh das Messer. Ah, das hab ich gar nicht eingesteckt. Krass. Ich hab das Messer gar nicht eingesteckt. Dann tanzt er einfach vor sich hin. Okay, und jetzt? Ab, geh raus. Die Steuerung hakt ein bisschen. Ist ja noch ein altes Spiel. Damals war die Steuerung auch nicht das Beste. Okay. Es ist ja keine Remastered-Version, oder sowas. Eine direkte Portierung. Kann ich ja was mit den Jungs reden. Hey, Garrett. Kala möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Kala uns noch etwas wachhalten würde. Okay, und sonst noch was? Gehen wir mal hinter die Theke. Mach dir mal einen Kaffee. Werd wach. Geh aufs Haus. Oh man, ist der gut. Hier trekt noch mal. Werd wach. Ja, okay. Wie viel kann er eigentlich davon noch trinken? Ja, okay. Ich glaub, das ist unendlich. Ist hier noch irgendwas? Was? Okay, Kala soll auch mal ein bisschen Kaffee trinken. Werd wach noch. Ja, pumpt den mal weg. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Okay, Tyler. Schau mal hier noch ein bisschen rum. Ob hier noch was ist. Ich komme hier nicht weiter, Kala. Du lässt mich nicht mal durch, oder was? Kala ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Sollen wir gehen? Gehen wir, Tyler? Ich glaub, ich hab soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Lass uns gehen. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir's. Cool, Kala will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Kala ist immer voll im Weg gewesen gerade. So, jetzt ist sie weg. Dann kann ich jetzt mal hier durchlaufen endlich. Nee, ich komme hier nicht einfach. Ich komme hier nicht durch. Kala ist zu fett. So, jetzt. 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 Boah, wie die Steuerung hängt. Okay. Lass uns abhauen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao Aber was ist mit dem Blut? Ja, willkommen zurück zu Fahrenheit Ist das alles nur ein Traum oder nicht? Es war kein Traum Es ist wirklich geschehen Donald Trump ist Präsident Okay, ich steh auf Oh, mein Schädel Ich hab das Gefühl, als trappelt mir eine Erde Elefanten durchs Himmel Dagegen muss ich was tun Okay Gibt dir ein bisschen Terroin Wart mal Das dürfte meine Migräne lindern Hier steht Nicht in Verbindung mit Alkohol annehmen Hier, wo ist denn der Whisky? Den klatsch ich mir so rein Was ist das für ein Buch? Also sprach Zarathustra von Nietzsche Das kenn ich fast auswendig So oft wie ich das gelesen habe Hab ich auch gelesen Ehrlich gesagt Okay, sehr interessant Die Musik schalte ich jetzt nicht ein Vielleicht Das wird wahrscheinlich seine Stimmung verbessern Aber Was haben wir denn hier? Ein Foto Meine Eltern Markus und ich Vor dem Unfall Oh, alles was er macht Er macht ihn immer depressiver Emo Komm, hock dich hin Guck dir ein paar Pornos an Dann geht es ein bisschen besser Porno.com Ja Toll, ich ziehe das Flugzeug Oh man Ich wäre früher auch gern mit dem Flugzeug geflogen Oh, jetzt wird er wieder depressiver Okay Oh, keine neuen Nachrichten Keiner will mir E-Mails schreiben Jetzt werde ich depressiver Aber du hast doch eben Antidepressiva genommen, oder? Keine neuen Nachrichten Ah, warte mal hier Web Computerspiele fordern neue Opfer Wie ist das Wetter? Eine große Kaltluftfront Oh man Was geht es auf der Welt? Pakistan Ultimatum läuft heute ab Ich sehe jetzt wieder das Ding Weil so viele schlimme Sachen passieren Okay, steh auf Digga Okay Was kann ich noch machen? Warte mal ganz kurz Statt dich umzuziehen Könnest du vielleicht duschen gehen, oder? Ja, das Bett Kannst du sauber machen? Auf diese blutverschmierten Laken Lege ich mich bestimmt nicht wieder Ich bin eh nicht müde Ja, ich wollte eigentlich schon Dass du die Laken wegnimmst Kannst du das machen, oder nicht? Anscheinend nicht Ist da was in dieser Truhe drin? Okay Ich schließe mal das Fenster Bevor irgendwelche Einbrecher hier reinkommen Okay Bin ich hier gerade im Schlafzimmer Oder ist das die komplette Wohnung? Ah, okay Es ist nur das Schlafzimmer Oh mein Gott Was für ein riesen Wohnbereich Dem geht's gut Wolle ich ran? Ja, okay Zu verdächtig, wenn ich nicht rangehe, oder? Hallo? Hallo? Und ehrlich gesagt Wäre das doch eine gute Gelegenheit Sich mal wiederzusehen Ich stecke in Schwierigkeiten Ich muss dich treffen Was ist denn los, Lukas? Sag schon Darüber kann ich am Telefon nicht reden Es ist sehr ernst Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park Bis gleich Okay Schauen wir uns mal den Anrufbeantworter an Gestern um 19.30 Uhr Hallo, hier ist Tiffany Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen Um ein paar Sachen abzuholen Ruf mich doch bitte zurück Ein paar Sachen abholen, Tiffany Heißt es, dass es seine Ex-Freundin ist? Und die haben sich jetzt gerade getrennt Und die will ihre Sachen abholen Die jetzt noch in seiner Wohnung sind, oder was? Was gibt's im Schrank? Tak, tak, tak Ente, oder was? Entensuppe Was ist hier? Morgens, wenn man aufwacht Immer ein Glas Wasser trinken Hab ich so gelernt Weil man ja im Schlaf schwitzt So, und es gleicht dann wieder den Haushalt Den Wasserhaushalt an So Oh, was haben wir denn hier? Wow Bonus Aha Interessante Was ist hier? Was? Ja Ja, machst du irgendwas, oder? Ah, okay, da haben wir schon Den Schrank hatten wir schon Okay Was war da eben? Irgendwas war da doch Komm, hau ab Diese Scheißschneider Huh Haa Huh Huh Hmm Nö Ne Oh War Ah Undanger Ah Undanger Wisnelwanders Ah Was ist hier Wander Ich Gefühle Wander Ich Verstand Digga, wie schnell musste ich da eben reagieren? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Nee, ich zieh mich noch vorher um. Warte mal. Der Bulle kann ja nicht einfach so einbrechen, wenn ich nicht aufmache, oder? Komm, zieh dich schnell um. Vielleicht können wir ja aus dem Fenster abhauen. Ich muss was dagegen tun, dass meine Handgelenke weiter bluten. Die bluten? Ich hab gedacht, das wäre einfach nur eine Wunde. Okay, lauf schneller, komm. Wir müssen hier weg. Toll, jetzt hat er die Tür gehört, der Bulle vielleicht. Schau mir mal. Ja, ich kann nicht mal mehr trainieren gehen, weil jetzt der Bulle da ist. Komm, Steuerung, mach bitte, enttäusch mich jetzt nicht. Zum Glück läuft keine Musik, der hat jetzt nichts mitgekriegt. Ich glaube, der Bulle weiß nicht, dass ich da bin. Warte mal. Da ist keiner. Habe ich mir das noch eingebildet mit der Polizei? Kannst du dich irgendwie bandagieren, oder so? Dein Schlüssel? Meine Wohnungsschlüssel. Die nehme ich, wenn ich rausgehe. Okay. Kannst du dich irgendwie bandagieren, oder so? Ich habe doch gar nichts getan, angeblich. Polizei, aufmachen. Sekunde, ich komme. Sie dürfen nichts finden, das mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Ich kann doch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich auswähle. Okay. Pack mir mal das Laken da, das ist alles von der Blut rein damit. Hören Sie, ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort. Wie oft wiederholt er sich noch? Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl, Officer? Okay, mach mir die Laken noch weg. Okay, mach die weg. Wenn Sie jetzt nicht endlich die Tür öffnen, bin ich gezwungen, Sie einzutreten. Ja, übertreiben Sie mal nicht. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl, oder nicht? Ich habe es eben schon gefragt. Ja, gut, du kannst dir nicht die Hände waschen. Ich habe auch keine, ich habe auch kein Verband zuerst, Digga. Was soll ich machen? Ich sage es zum letzten Mal. Öffnen Sie jetzt endlich die Tür, oder ich trete Sie ein. Ja, ja, warte, ich komme gleich. Ich komme, mach die Kutisen, aber die nehmen sich immer so viel raus. Aber egal. Komm, dann machen wir eben kurz auf. Das sieht zwar meine Wunden, aber was soll ich machen? Ich kann mich ja nicht umziehen. Lassen wir kurz schauen, ob ich hier irgendwo noch was machen kann. Dann mach halt auf, hier. Batterie ist leer für den Controller. Nö. Keine Ahnung. Ja? Äh, ja, ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt, und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Äh, ich hätte schon was dagegen, aber naja, kommen Sie ruhig rein. Tja, dann, äh, tun Sie es. Aber bitte vergewaltigen Sie mich nicht. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ja, vom Glas. Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Und jetzt? Haben Sie sich doch nie geschnitten, Officer? Für wen halten Sie sich eigentlich? Und ziehen Sie nicht mal Ihre Schuhe aus, wenn Sie hier reinkommen? Sie sind ein Arschgesicht. Wissen Sie das? Wollen Sie auch noch in mein Schlafzimmer? Legen Sie sich doch rein. Wollen Sie ein kleines Nickerchen machen? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Ja, werde ich haben, Arschloch. Huh. Das war knapp. Aber gute Ausrede mit dem Handgelenk. Gut gemacht, Lukas. Okay. Und jetzt? Gehen wir nochmal duschen. So, gehen wir duschen. Ein sehr schöner Soundtrack. Schön. Hat was Melancholisches. Okay, und jetzt? Waschen nochmal mit dem Gesicht. Auch wenn es zwar duschen warst, aber egal. Zweimal waschen ist immer besser als fluchen. Lieber zweimal als keinmal. Ja, pullern muss er wohl nicht. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Was haben wir sonst noch hier? Mach mal ein kleines Boxtraining. Wohl besser nicht. Meine Arme tun zu sehr weh. Oh. Ich spiele mal ein bisschen Gitarre. Nachdem was gestern Abend geschehen ist, steht mir nicht der Sinn nach Musik. Oh Mann, du bist so ein Emo. Okay, gehen wir kurz an den Balkon. Da wartet schon jemand auf uns. Ein Rabe. Okay. Das war ein Zeichen. Für was? Okay, ich habe hier einen Bonus abgeräumt. Alles klar. Gut zu wissen. Okay, was kann ich hier noch tun? Ich schalte mal den Fernseher, um dich ein bisschen zu lockern. Die Leichter eines Mannes wurde in der Toilette eines Restaurants im Eastland entdeckt. Der Täter starb mehrmals mit einem Steakmesser auf das Opfer ein, während im Nebenraum die übrigen Restaurantgäste ahnungslos weiter aßen. Die Polizei sucht bereits nach einem Verdächtigen, der den Tatort kurz vor Entdeckung der Leiche verlassen hat. Eine genaue Personenbeschreibung liegt uns noch nicht vor, aber wir werden sie auf dem Laufenden halten. Ja, ja, mach lieber aus. Mach dich schon depressiver. Ja, das warst du. Du warst es, Lukas. Der Täter starb jemals mit einem Steakmesser auf. Starb jemals mit einem Steakmesser. Boah, dieses flackernde Licht hat mir echt nicht gut getan. Da kriegt man ja einen halberen epileptischen Anfall. Okay, Lukas, dieser Flashback, was hat dieser jetzt zu bedeuten? Kannst du dich jetzt wenigstens umziehen? Ja, was soll ich machen? Ist da irgendwo Verbandszeugs? Okay, jetzt schauen wir mal ganz genau, ob hier irgendwo Verbandszeugs ist. In dieser Truhe kann ich gar nicht nachschauen. Okay. Ist da jemand? Ne, oder? Ah, da ist ein Brief. Habe ich eben auch erst gesehen. An der Haustür. Nimm den mal. Nimm den mal. Komm. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen... Alles klar. Ich habe genug gesehen. Schauen wir mal ganz kurz. Ist was da von AB? Gestern um 19.30 Uhr. Hallo, hier ist Tiffany. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen, um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Heute um 7.52 Uhr. Hallo Lukas, hier ist Markus. Ich rufe an, weil morgen der zehnte Jahrestag des Unfalls ist. Ich dachte, wir könnten dieses Jahr vielleicht zusammen hin. Also dann ruf mich zurück. Tschüss. Tschüss. Ja gut, wir haben ja schon telefoniert. Wir treffen uns ja gleich. Und dann schauen wir mal. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm die Wahrheit sagen soll. Er würde es glaube ich nicht verstehen. Hier sind noch überall noch Umzugskartons. Er ist wahrscheinlich frisch eingezogen, kann es sein. Problematisch sind seine Arme. Ich kann mich nicht umziehen. Ich mache hier mal alles zu, bevor jemand einbricht. Gelüftet haben wir ja genug. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Ich würde jetzt gerne mal den Alkohol da trinken. Also bei dem Stress würde ich auch was trinken. Ich trinke zwar generell überhaupt kein Alkohol. Aber dadurch, dass wir die Medikamente genommen haben, wäre es gut, wenn wir keinen Alkohol mehr zu uns nehmen. Alles klar, wir wissen Bescheid. Das Wetter wird ziemlich kalt. Gibt es noch was zu beachten? Kann ich irgendwie den anderen Schrank öffnen? Ah, okay, warte mal. Achso, kann ich nur diese Seite öffnen? Umziehen kann ich mich auch nicht, ne? Das sagt, es geht halt nicht. Wo ist Verbandszeug? Irgendwo muss es doch geben. Bin ich blind? Im Badezimmer war ja auch nichts. Ach, jetzt kann ich das Verbandszeug nehmen. Ja, na dann. Ich glaube, dann wickel dich mal ein, Diggerchen. Ich glaube, dann geht es wenigstens weiter mit der Story, weil ich mich umziehen kann und rausgehen kann. Yes, okay. Oh Mann, mein Herz. Boah. Ich hab mir fast in die Hosen geschießen, deswegen gehen wir kurz noch aufs Klo. Wasch dir mal die Hände nochmal. Ich schau noch mal in den Spiegel. Ich hasse mich sehr lustig. Okay. Okay, jetzt ziehen wir uns um und hauen ab. Wir treffen uns mit dem Broody. Okay, da ist eine Säule im Weg, alles klar. Also, ich würd gern wissen, was den Job der hat. Ob der selbstständig ist, kann sich ja eine richtig schöne Bude leisten. Jetzt können wir uns umziehen. Sogar während dem Umziehen vibriert der Controller, alles klar. Ist wohl ziemlich anstrengend. Ja, mach mal schnell wieder zu. Okay, und raus hier. Auf Wiedersehen, Wohnung. Bis zum nächsten Mal. Ich hab hier die Wahl zwischen zwei Charakteren. Wen soll ich auswählen? Machen wir mit Carla weiter. Viel Spaß und los geht's. Für einen Polizisten hab ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich hab die ganze Nacht kein Auto zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Hm. Was ist denn hier so faul? Wo ist denn das da? Ey. Penner! Bevor ich hier reingehe. Hi Carla! Wie geht's denn so? Gut geht. Hi Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaub nicht. Und? Rück die Pensionierung näher? Haha. Nicht schnell genug. Alles klar bis später. Tolles Gespräch. Ich bin überhaupt nicht so der Smalltalk-Typ. Keine Ahnung warum. Ich find's unnötig. Brauch ich nicht. Ich bin total der pragmatische Typ, ehrlich gesagt. Ich muss auch nicht dauernd über meine Gefühle reden. So. Ich rede gerne über das Wetter. Über Fußball. Ich höre sie aber sehr gerne zu. Also. Ich bin ein sehr guter Zuhörer. Und ich kann auch einiges für mich behalten. Aber selbst von mir. Ich bin da schon ehrlich gesagt. Schon der verschlossene Typ. Fast schon schüchtern. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Kann ich da rein? Keine Ahnung. Da geht aber halt nicht hin. Ja der macht es. Oh Mann ist sie aber echt. Ein Control Freak. Ja ruf doch an. Ah hier ist ein Bonus Dingsbum. Ja okay dann lass doch hoch gehen. Dann kannst du ja anrufen. Amerika. 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 Ich finde es schön, dass sie immer ihre Flagge zeigen, dass sie patriotisch sind. Mir gefällt sowas. Mir gefällt sowas. Seid stolz Leute. Seid stolz auf eure Nation. Seid stolz, dass ihr Erdbewohner seid. Ich bin von der Erde. Bitte. Okay. Wir müssen ins Büro. Ich ziehe mir erstmal einen Kaffee. Ach tut gut, ne Karla. Okay. Jetzt schauen wir mal wo das Büro ist. Das ist nicht das Büro. Oh Mann, die Steuerung, die Kamera. Hätten die ein bisschen verbessern können, aber das ist halt eine direkte Portierung. Ich erinnere mich aber gar nicht, dass die Kamerainstellung schlecht war oder so. Hallo. Morgen. Na? Wieso antworten sie mir nicht? Geht so gut? Krass. Hey Karla, bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet ihr mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey, rät selbst mit ihm. Aber echt, Alter. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Alter, Jeffrey, du Lutscher. Ich geb dir kleine Aufweige, Mann. Nervt mich jetzt mit Sachen, die mich nichts angehen. Und der andere, mit dem ich gerade geredet hab, der hat in die Tastatur reingeprettert ohne Ende und hat mich angeschaut. Voller Profi, der könnte bei so einer Weltmeisterschaft mitmachen. Tipp Weltmeisterschaften. Okay, rein ins Büro. Hallo Karla. Hi Garrett. Warte mal, Karla. Ich hab schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Ah, und? Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Okay. Dann bis später. Yes, dann. Garrett. Ey, wolltest du nicht Tyler anrufen, Karla? Ah, okay. Vom Haustelefon aus, nicht vom Handy. Tyler ist doch bei seiner Freundin. Ja. Weißt du, wie spät es ist? Verdammt. Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Ich bin schon unterwegs. Ja, steh mal auf, Dickerchen. Oh, das schläft weiter. Okay. Dann setz ich mal hin, Karla. Und dann geh ich in die Rolle von Tyler und geh los. Ach so, warte mal. Wenn ich da sitze, da kann ich nichts machen. Dann stehe ich wieder auf. Was? Ne, ne, ne. Stehe auf. Ah, den Bonus nehmen wir natürlich mal mit. Tü, tü, tü. Okay. Machen wir Licht an. Sonst kriege ich die Augenschmerzen. Aber ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier auf. Damit ich in die Rolle von Tyler schlüpfen kann. Tylers Wohnung. 9.04. Ja, steh mal auf. Lass mal deine Freunde weiter schlafen. Oder deine Bekannte. Eher gesagt. Bleib doch noch ein bisschen. Hm, tut mir leid. Aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an. Und dann bin ich weg. Ja, willst du nicht aufstehen und mir Kaffee machen, Madame? Du hast doch eben gesagt, du willst Kaffee machen. Dann steh auf. Oder war das nur ein Spruch? Mann, ich könnte sie stundenlang so ansehen, wenn sie schläft. Wir sind schon seit zwei Jahren zusammen, aber ich fahre noch genauso auf sie ab, wie am allerersten Tag. Schön. Freut mich. Soll ich... Wie? Was ist das für ein Herz? Ich dachte, du hättest es eilig. Hey, für dich hab ich immer fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten nur? Nur fünf Minuten? Lass mal prappeln. Okay, ich glaub, da kommst du spät zur Arbeit. Geh mal noch mal zurück. Noch mal zurück zu Carla. Wo bleibt Tyler denn? Ach ja, Tyler ist hier. Was, noch mal zurück Carla? Ach man, Tyler ist mir schon echt ans Herz gewachsen. Ist er eigentlich noch mit seiner Freundin zusammen? Oh ja. Ja. Oh Baby. Ich glaub, Tyler steht auf mich. Der hat mir letztens einen Kaffee spendiert. Und... Ja. Könnte ich mir eigentlich was mit ihm vorstellen. Er ist doch... Mein Kollege. Uuuuh, Baby. Scheiß auf Carla. Da komm ich halt eine halbe Stunde später. Ich würde auf jeden Fall ein Auge zudrücken, dass Tyler zu spät kommt. Ich hab ihn doch so gern. Ich glaub, wenn ich morgens zur Arbeit komme, dann zieh ich meine Spitzchenhöschen an. Uuuuh, Baby, Baby. Okay. Lassen wir die mal alleine. Die muss arbeiten. Rufen wir nochmal an. Frag mal, was mit Tyler los ist. Spaß beiseite. Weiter geht's. Ja, Carla. Ich bin auf dem Sprung. Ja, ich weiß. Nein. Ich wurde aufgehalten. Deswegen... Ja. Okay. Bin gleich da. Ach, Tyler. Wärst du nicht so lieb. Wärst du nicht so süß. Und wärst du nicht so intelligent. Würde ich mich jetzt aufregen. Ach, sie hat alles. Wow, Süße. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Okay, geh duschen. Ja, was ist mit meinem Kaffee? Hallo, Madame? Soll ich mich wieder hinlegen? Von Assi. Was ist das mit dem Fragezeichen? Das ist Sox. Eine der Figuren aus meinem Lieblings-Videospiel. Und wie heißt dieses Videospiel? Fresh. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Das ist richtig serotypisch. Okay. Wo ist die Dusche? Ich glaube, das ist der Ausgang. War das Bad? Vielleicht im Schlafzimmer. Schauen wir nochmal. Ah, hier durchlafft's? Ah, hier. Ah, ein Bonus. Komm, mach's sauber. Und jetzt kannst du dich ja mal umziehen. Okay, Tyler, zieh dich an. Nimm dir noch einen Kaffee und dann hau ab. Die Frau hat sie ja schon glücklich gemacht. So, dann brauchst du ja keinen Smalltalk mehr mit dir zu haben. So. Okay, wo ist der Kaffee? Was wir reden. Hier. Danke, babe. Ich bin verständnisvoll. Ich bin verständnisvoll. Denen möchte ich eine bessere Welt hinterlassen, als die, in der wir leben. Gute Einstellung. Und wieso musst gerade du ständig dein Leben riskieren, Tyler? Wieso gehen wir nicht nach Florida, arbeiten mit meinen Eltern und führen ein normales Leben wie andere auch? Wieso muss ich Tag ein, Tag aus um dein Leben bangen? So ein Leben wäre nichts für mich, Sam. Ich habe schon zu viel mit Gewalt zu tun gehabt, um jetzt zu einem 0815-Leben zu führen. Ich weiß, du liebst mich, Sam. Versuche auch, mich zu verstehen. Okay, kann ich jetzt gehen, Sam? Was war das eben hier für die Einblendung? Ah, okay. Alles klar. Okay, Sam. Sieh die Jacke an. Wir haben ja eben den Wetterbericht gesehen. Beziehungsweise gehört. Soll ich dir noch einen Kuss geben, oder was? Geht das? Ich passe auf mich auf. Ich liebe dich. Ich weiß. Jetzt hat er noch diese funky Musik. Hi Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und? Brückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Der Laber, ich gehe einfach weiter. Der Laber, ich gehe einfach weiter. Ah, hier ist er. Komm rein mit dir. Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Hör zu, Jeff. Ehrlich gesagt bin ich zur Zeit ziemlich abgebrannt. Aber keine Sorge, das ist nur vorübergehend. Tyler, soll ich auch ganz ehrlich sein? Deine Geldsorgen interessieren mich nicht. Ich will meine 100 piepen und zwar jetzt. Ich hab einen Vorschlag für dich. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, geb ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, krieg ich 200 Dollar? Ich geb dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komm ich zu dir. Okay, dann spielen wir wohl später Basketball. Aber ich hab auch Verständnis für den Typen, der will auch sein Geld wieder haben. Außer muss er von selbst zu ihm gehen und das Geld geben und er muss nicht fragen. Er fragt ja nur, weil es jetzt sechs und halbes Jahr her ist. Also Tyler, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Bis gleich, Carla. Haben die eigentlich guten Morgen gesagt? Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst. Da ist der Kleiderhaken. Okay, kann ich mich noch vorher hocken oder so? Okay, gehen wir mal los. Wie sieht denn das aus? Okay, Spam-Mails. Penis-Vergrößerungen. Virus, da klicke ich wohl dich drauf. Tyler, es tut mir leid, dass ich dich heute Morgen mit meinen Sorgen bedrängt habe. Ist es Sam oder was? Ich bin doch gerade von zu Hause rausgegangen und ich schreibe mir jetzt schon eine Mail oder was? Was ist das für eine? Ist es eine Stalkerin oder was? Egal, zurück zum Text. Das war dumm von mir. Ich habe so große Angst, dass dir etwas zuschossen könnte. Da vergesse ich manchmal, wie wichtig dir deine Arbeit ist. Ich hoffe, dass es mir eines Tages gelingen wird, dich zu überzeugen, dein Leben zu ändern. Ich liebe dich. Sam. Okay, schauen wir jetzt nochmal. Gibt es irgendwelche Pornos oder so? Was gibt es in dem Web? Lebenslänglich für 200 Peer-to-Peer-Piraten. Was für Anspielungen. Das Spiel kam ja so 2005 raus. Zu dieser Zeit hat einfach jeder, also mindestens 90%, 95%, 99% aller Leute, die ich kannte, haben überhaupt keine Spiele, Videos, Filme, Musik, CDs gekauft. Jeder hat alles runtergeladen. P2B waren diese ganzen Torrent-Geschichten. Und die, keine Ahnung, die machen das irgendwie hier zu der Zeit, wenn es jemand gelesen hätte, dass jemand, dass diese Person noch Angst bekommt. Und ja, krass. Also ich habe nie sowas gemacht. Niemals. Da geht's. Ich stehe mal auf. Okay, jetzt gehen wir halt, gehen wir, gehen wir ins Labor. Und jetzt ist die Frage, wo ist das Labor? Ah, da ist Carla. Hi Tyler, alles klar? Ah ja, bei dir. Und? Womit willst du anfangen? Messer. Fingerabdrücke. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Okay. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Oh. Und die Kaffeetasse? Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja. Und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Oh. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Und? Was haltet ihr von all dem? Im Moment gar nichts. Dieser Fall ergibt einfach keinen Sinn. Daran ist irgendetwas faul. Weißt du, bei all den Verrückten, die heutzutage frei rumlaufen, ergibt nichts mehr einen Sinn. Diese Mörder wissen meist selbst nicht, was sie dazu trieben. Die Welt wird immer verrückter, Carla. Glaub mir. Danke für deine Hilfe. Bis später. Bis später. Und? Was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay. Bis nachher. Ciao. Bevor ich zum Gerichtsmediziner gehe, könnte ich in meinem Büro noch eben die Mails checken. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann gehen wir mal kurz rüber. Oh, Mann, ist sie schnell. Schnell als Usain Bolt. Mir knallt auch die Tür noch stärker auf. So viel Kaffee. Dock dich mal hin, Carla. Wie die in den Monitor reinschaut. Hat irgendwie Sehprobleme oder so. Valium. Ah, wieder ein bisschen Spam. Ah, von Tommy. Hi, Carla. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao. Tommy. Deswegen ist sie an den PC gegangen. Sie hat ihre Mails gecheckt. Krass. Aber auf diese Art. Okay, was ist hier? All das ist schon einmal geschehen. Was das wohl heißen soll. Von Unbekannter. Okay. New Yorker Bürgermeisterwahn. Donatello muss einen Anstieg der Kriminalitätsrate zugeben. Es wird mehr Schnee geben. Und hier geht's auch wieder über Pakistan. Hat das eine Bedeutung jetzt auf die Story? Willkommen zurück zu Fahrenheit. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Bilder. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Und wie man es am Kragen schon sieht, ist er ein Mann Gottes. Bruder, wo bist du? Bruder! Hey Kinder, darf ich rumzuspielen, Mann? Ich versuche rumzulaufen. Ich schmeiße euch gleich in die Mülltonne hier. Darf ich mitspielen? Ach, egal, Kinder. Ja, ich mache auch mit. Hihi. Oha hi. Ich arbeite, ohio. Ohio. Ey. Ich will mitspielen. Was macht dieser Penner hier? Nur ein Obdachloser. Und das bei dieser Kälte. Armes Schwein. Scheiße, Mann. Hoffentlich überlebt er den Winter. Egal, ich muss weiterspielen. Hihi. Abumi. Ey, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nein, 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 nein. Ach so, ich muss mich ja mit meinem Bruder treffen. Ich glaube, das ist er. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist es her. Zwei Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemanden getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Schau dir meine Handgelenke an. Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord retzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Erzähl weiter. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts. Bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Trance? Hast du Drogen genommen? Hattest du getrunken? Drogen genommen. Du kennst mich doch, Markus. Markus. Was meinst du eigentlich mit Trance? Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei? Oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Hast du irgendwelche Visionen? Sigmata? Während dieser schrecklichen Tat... sah ich etwas oder eher jemanden? War jemand bei dir? Nein, es war wie eine Art Vision. Ich sah einen Mann umgeben von Hunderten von Kerzen. Und dann dieses Mädchen. Was meinst du denn? Was für ein Mädchen? Du saßt ein Mädchen? Sie war allein. Verloren. Sie bat mich um Hilfe. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Du kennst mich am besten, aber wir haben uns seit zwei Jahren nicht gesehen. Kann es sein, dass du krank bist? Vielleicht solltest du... Du solltest vielleicht alles der Polizei erklären. Oh, ich habe mich verdrückt. Stell dich lieber. Bevor sie dich finden. Du glaubst doch nicht im Ernst. Die Polizei nimmt mir das ab. Die stecken mich für den Rest meiner Tage ins Gefängnis. Und ich werde nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Höchstwahrscheinlich. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas. Verlange nicht von mir zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Zuerst sagt er, du hörst mir nie zu. Vorher sagt er, du kennst mich am besten. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Gott sei mit dir. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus. Du weißt, dass ich nicht daran glaube. Sanctus Dominus Barbarus. Nimm es. Danke. Trophäe erhalten. Aus Tod entspringt Leben. Okay? Und so trennen sich wieder die Wege der beiden Brüder. Oh. Was ist das? Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Nein. Was soll ich tun? Ich muss das Kind retten. Nee, egal. Junge. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, 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 komm schon. Ich drück so viel es geht, aber irgendwie. Komm schon, hoch mit dir. Kleiner. Man spielt nicht an solchen Rändern. Komm, hau ab hier. Belebe ihn und hau ab. Steh auf. Weg hier, weg, weg, weg. Renn weg. Hey, sie sind doch Hendo. Und damit endet meine Geschichte. Komm schon, rein mit dir. Komm schon. Komm schon, großer. Ich hole dich raus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da ist er. Er ist bewusstlos. Komm schon. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Boah, Junge. Man spielt nicht an solchen Rändern. Das ist doch viel zu gefährlich. Ja, steh auf. Auch mit dir. Okay. Der Jünger ist bewusstlos. Man muss ihn irgendwie beleben, oder? Kann ich irgendwas machen? Hör erstmal. Hör erstmal, ob der noch atmet. Sein Herz schlägt nicht mehr. Was? Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Okay, dann mach was. Mach was. In meinem Rhythmus bleiben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Äh. Ja. Patrouille 324. Ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Ah, zählt nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind dann nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären piet. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Krass, Gänsehaut am ganzen Körper. Okay. Wen nehmen wir jetzt? Komm, Tyler, du bist dran. Die Polizeiwache. Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun, setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja. Äh, ich glaube schon. Okay. Los geht's. Das Krasse ist, ich ermittle jetzt gerade gegen Lukas, den ich hier auch steuere. Das heißt, ich könnte, ich, ich, ich muss, ich muss so arbeiten, dass ich Lukas verhafte. Und wenn ich Lukas spiele, muss ich so abspielen, dass ich fliehe. Total paradox. Ich könnte jetzt eigentlich auch als Bulle so spielen, dass ich den Lukas jetzt nicht erkenne und ein ganz anderes Phantombild erstelle. Aber ich will meine Arbeit als Polizist richtig ausführen. Und deswegen mache ich ein richtiges Phantombild. Und Lukas wird es dann schwer haben zu fliehen. Jetzt schauen wir mal. Boah. Fühlt aber schwierig jetzt. Er war Ostasiate oder was? So. Ich weiß gar nicht mal, wie Lukas aussieht. Die Grafik ist so verschwoben, deswegen habe ich jetzt gar kein richtiges Gesicht von ihm. Auf jeden Fall die Haare. Warum machen wir jetzt erst die Haare? Juhu. Armeefrisur. In den 50ern, so sind die alle früher oben gelaufen. So ist seine Frisur auch nicht, so auch nicht. So lockig waren die bisschen lockig, die Haare. Also er hatte, glaube ich, überhaupt keinen Bart, oder? Ein paar Härchen hatte er ja schon. Sollen wir das mal so lassen? Lassen wir mal die Haare so. Die Nase ist immer so groß. Was ist denn da los? Rocky 4. So. Wie sieht Lukas aus? Ich weiß jetzt gar nicht mal. Lassen wir mal das so. So. Lassen wir das mal so. So. Die Augen kann man ja ein bisschen ändern noch. Schwierig. Sollen wir die Augen brauchen so lassen? Mit der Nase. Sieht dem gar nicht ähnlich irgendwie, aber lassen wir mal so. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, lass mal laufen. Besser kriege ich es nicht hin. Ja. Zumindest, soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird in alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Okay. Willkommen zurück zu... Fahrenheit. Wir spielen weiter mit Carla. Leichenschauhaus. Minus 10 Grad. Carla. Begutachtet eine Leiche. Hm. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand zwei abgebrochene Finger nehmen. Hey, wie schnell machen die das? Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Boah, ist das anstrengend. Er hat sich dann voll den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation. Beide Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? Drei Stichrunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Ja. Der Nöder ist dies. Ein Stich trennte die Arter durch. Und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Oh. Hatte der Mörder Kenntnisse? Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte sein. Aber ich bezweifle, dass jemand, der sich menschliche Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Man kann auch gestört sein und sich mit Anatomie auskennen. Was war die Tore? Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Was sind denn da für komische Haare? Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Ach. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, na, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau. Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Wie die E-Mail? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Mhm. Krass, wie ich mich einfach gar nicht mehr erinnere. Wir sind in der N&J-Bank. Wer überkippt denn sich hier? Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht wogegen. Wir sind jetzt in der Ego-Perspektive. Wir waschen mal die Hände. Und den Mund ausspülen. Hier, wir nutzen mal ein paar Papier-Tücher. Achso, ein Föhn. Noch besser. Hm. Kann ich hier noch was tun? Hier ist nichts mehr. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oder warte mal, vielleicht ist irgendwas auf der Toilette. Irgendwelche Spuren oder sowas. Ich hab ja schon gespült, oder? Oh man, die Steuerung. Die spielt Streichel mit mir. Ach, ein Bonus. Respekt. Okay, ist hier noch was? Ist da ein Spiegel? Schau dich mal an. Geht nicht. Ah, hier war auch ein Ausweg. Okay. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Was ist denn der rote Punkt hier? Ist das sein Büro jetzt, oder was? Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der NASA und Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Hey Warren. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Ah, okay. Auf die Plätze. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Er hat seine Gedanken gelesen. Hast du was gesagt? Was ist denn in der Schublade drin? Ich hoffe, ich habe da oben gedrückt. Hoch, mach. Mach so ein Leben, okay. Was habe ich hier noch? Ach so, das war die Schublade, die ich bereits geöffnet habe. Jetzt die andere. Ein Foto. Tiffany und ich. Dürfte vor zwei Jahren gewesen sein. Ich habe es einfach noch nicht wegwerfen können. Er kann nicht loslassen. Okay, arbeitet der bei der NSA, oder was? Wer ruft mich an? Ich muss da rangehen. Hallo? Lukas Cain? Hallo, Lukas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Hast du dir heute Abend? Natürlich. Für dich habe ich immer Zeit. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen. Ich habe zu tun. Tschüss. Tschüss. Voll abgewürgt. Auf die... Ah, okay. Ja! Pass auf, die Tasse. Kann er in die Zukunft sehen. Kann er in die Zukunft sehen. Kann er in die Zukunft sehen. Ich sah die Tasse fallen. Krass. Alles in Ordnung? Ja. Ja, alles klar. Da ist nichts. Ganz ehrlich, mit so Leuten wie Lukas will ich auch kein Büro teilen. Ah! Nein. Wie konnte das nur passieren? Ja, mach mal den Tisch sauber, du Depp. Der arbeitet einfach weiter. Es war genau so, wie ich es gesehen hatte. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Hm. Das müssen wir herausfinden. Okay, ich muss zum roten Punkt. Roter Punkt, ich komme! Das ist wie bei Matrix. Ah, leh! Boah. Ah, ne, doch nicht der richtige Ort. Ach, da hinten ist die Tür. Ah, ne, hier rein. Jetzt, oder? Dann reparieren wir mal was. Spinnen! Spinnen! Ich kann kaum was sehen. Es ist viel zu dunkel. Krass, Matrix. Komm schon. Was ist das? So ein Käse, komm schon. Weg mit dir. Super. Super. Ja, weg, weg, weg. Ja, weg, weg, weg. Das hört ja gar nicht auf. Oh, Matrix. Nichts. Eine zweiköpfige Schlange. Ein kopf in dieser Welt, einer in jenseits, wer dem der durch die Schlange hindurch sieht. Nein! Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Wtf, man? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich, ähm, ich muss weg. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinge hätten mich fast umgebracht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir sind in Lukas Wohnung. Was ist hier nur los? Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gerne ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Dann steh mal auf. Okay. Schauen wir mal, ob der Rabe draußen ist. Ist jetzt für mich interessant. Also es war schon ein ziemlich verrückter Vorfall im Büro, als ihn diese Cyber-Spinnen angegriffen haben, würde ich mal sagen. Spielt sich das alles nur in seinem Kopf ab? Oder ist hier eine größere Sache am Laufen? Oh, auf die Plätze. Bisschen Boxtraining. Okay. Boah, ist das schnell. Krass, wie schnell das läuft. Boah, Mann. Das ist voll schnell. Oh, Mann. Super. Oh, Maschine. Wollte mich warten, oder was? Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott. Was geht hier bloß vor? Auf jeden Fall solltest du ein paar Turniere machen. Nimm mal an einem paar Turnierenteil. Du würdest alles gewinnen. Am besten bei so Komitees. Krass. Dann könntest du im Finale gegen Frank Dux kämpfen. Okay. Krass. 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 Was ist das? Soll ich den Fernseher einschalten? Verrichten die wieder über mich? Im Central Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins racekalte Wasser, um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohl auf sein. Sein Held noch bevor der Krankenwagen eintrat. Solch selbstlose Bescheidenheit. Ja, ja. Wer das wohl war? Was ist das hier? Wieso ist das Fenster immer offen? Ich habe es doch tausendmal geschlossen. Ah ne, mach die Musik lieber aus. Da geht es lieber keine Musik laufen lassen. Okay, das Fenster da hinten ist auch offen. Soll ich wieder ein paar Tabletten nehmen? Obwohl Lars ist, der hat ja nicht gesagt, dass es ihm schlecht geht oder so. Mach mal zu, bevor irgendwie ein Rabe reinkommt. Und kann ich hier kein Licht einschalten oder sowas? Ne, das ist... Es bleibt dunkel. Soll ich mal aus meinem Blick? Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So oft wie ich das gelesen habe. Okay. Soll er schlafen gehen oder was? Warten wir ganz kurz. Erinnerungen. Meine Eltern, Markus und ich. Vor dem Unfall. Jedes Mal, wenn ich mir das Bild anschaue, verschlechert sich sein Zustand. Okay. Ich lass mal ein bisschen surfen. Ohne dabei nass zu werden. Dann surfen wir mal. Ohne dabei nass zu werden. Ich bin der Erklärbär. Okay. Keine neue Nachricht. Keiner will was mit jetzt tun, aber... Lukas. Da steht aber auch nichts... Da ist nichts Besonderes. Ich glaub, da muss ich hinlegen, damit die Story weitergeht. Dann steh mal auf, Großer. Leg dich mal ins Bett. Vielleicht kommt ja dann noch Tiffany oder so. Ah, die Lacken hat ausgetauscht. Schön. Der liegt überhaupt nicht verkrampft da. Dann schlaf mal ein bisschen. Versuch's wenigstens. Gute Nacht. Wer ist das? Wer ist das? Ist das Tiffany? Ich komme! Wer ist da? Okay, machen wir auf. Hallo. 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 Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ganz und gar nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Wieso hast du mich verlassen? Tiffany. Setz dich. Was für setz dich? Die soll doch ihre Sachen holen. Willst du ein Glas Milch? Glas. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Warum will die was trinken? Warum will die was trinken? Ich habe gedacht, die will schnell gehen. Ah, war das nur ein Vorwand, dass sie ihre Sachen holen will. Aber die Wilde in Wirklichkeit wollte einfach nur bei ihm sein. Ja. Mach mal einen guten Schuss rein. Oh, wuhu. Das nenne ich mal einen dreifachen. Okay. Und nur ein Glas. Er trägt dich mit. Sondern nur für sie. Damit er sie abfühlen kann. Krass. Danke. Gerne. Und was gibt's Neues bei dir? Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig. Aber... Kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast. Aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Initialien? Nicht Initialen? Okay. Der hat die eben gerade voll abgefertigt. Die redet gerade über ihre neue Wohnung und... Der sagt ja schon deine Sachen. Soll ich sie einfach gehen lassen? Vielleicht ist sie ja gut für mich gewesen. Okay. Ist irgendwo... Hier dahinten der Karton? Alles dahinten? Okay. Ich reg mich jetzt nicht über die Steuerung auf. Ich sehe noch was. Zwei Kartons. Okay. Wo ist denn der andere? Okay. Hier ist er nicht. Schauen wir mal dahinten. Ich hab da schon nachgeschaut. Aber schauen wir nochmal. Hmm... Beim Schlafzimmern Karton? Ah, ich glaube dahinten ist er. Hallo? Oh, ich glaube dahinten ist er. Wir sind kein Paar mehr. Und trotzdem muss ich die Kartons hinterher schleppen. So, Chef. Alles besorgt. Ist er zufrieden? Da sind sie. Das müsste alles sein. Der ist so einsam. Die soll bei ihm bleiben. Da geht's ihm besser. Alles in Ordnung, Lukas? Nein. Du bist so nervös. Ich bin ehrlich. Ich... Ich... Ich steck zur Zeit in großen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr sagen. Aber es ist sehr ernst. Kann ich irgendwas für dich tun, Lukas? Wenn dem nur so wäre. Aber nein. Danke für dein Angebot. Hey, du fehlst mir. Wirklich. Du mir auch. Hast du... Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid. Voll süß. Nein. Das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Oh. Jackpot, okay. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Scheiße. So sagt er das. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takt für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay. Ich hab dir eine Angel, warte mal. Ich kann zufällig auch Gitarre spielen. Lern Gitarre. Du hast keine Probleme auf der Welt. Ich mach erst den Verstärker an. Okay. Ich hab nur eine Akustik Gitarre, deswegen weiß ich das nicht. Ich hab immer Mariachi Musik gespielt. Okay. Komm Tiffany, für dich. Aber ich werde immer emotional, wenn ich Gitarre spiele. Also deswegen spiele ich so selten. Okay. Ich mache Freude. Ich mache dich. Ich mache mich wieder Fragen. Ich mache dich zu schießen. Ich habe dich, dass du gerne auf einen Gitarre sein hast. Ich mache dich. Ich mache dich. Ich mache dich, dass du mit den Lärmsteig Às touchst. Und dann stelle dich. Ich mache dich. Ich mache dich. Ich mache dich. Schlage dich. Ich habe dich mit dem Hände Musik Ohne Fehler, sehr gut. Es war echt schön, muss ich gerade ehrlich sagen. Gänsehaut gehabt, schöne Musik. Tja, ich gehe wieder. Was? Ich versuche sie zu küssen, aber nur wenn sie auch will. Nimm den Schmerz. Also im Hintergrund läuft Musik, aber man hört sie nicht. Genießt den Abend miteinander. Ich lasse euch mal allein. Der Controller vibriert aber samt schön stark. Ich glaube, ich muss es rausschneiden. Was ist nun los mit mir? Soll ich mich einfach wieder hinlegen? Nee, ich muss jetzt auch auf die Spur gehen. Die Tür ist offen. Träumt er oder ist er wach? Das ist die Frage. Gänsehaut weiß ich es. Krass, ich erinnere mich schon gar nichts mehr von dem Schuh. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand. Anscheinend. Alles klar, Lukas? Ja, ja, Tiffany. Alles klar. Tiffany, das Kondom ist gerissen. Hallo und willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir können hier mit drei verschiedenen Charakteren weiterspielen. Wir hatten ja vorhin Carla. Danach hatten wir Tyler. Jetzt spielen wir weiter mit Lukas, dem vermeintlichen Killer. Wir gehen jetzt zum Friedhof und besuchen seine Eltern. Los geht's. Zehn Jahre. Zehn Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, dem ich meine Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Das sind schöne Worte, die er eben genannt hatte. Man kann zwar solche Fälle verarbeiten, aber man kann sie nicht verdrängen oder vergessen. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich glaube, hier ist mein Bruder. Ich werde Hallo sagen, aber ich hoffe, er hat mich nicht verpfiffen bei der Polizei. Wenn doch, landet er auch gleich auf dem Friedhof. Schön, dass du da bist. Hallo, Bruder. Ah, wir können die Rosen hinlegen. Oder die Blumen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Sorte das ist. John und Mary Kay. 1999 sind sie verstorben. Komm schon, Lukas. Spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Ich glaube, wie kommen wir jetzt in die Vergangenheit? Kann es sein? Oh ja. Lukas, kommst du? Ich habe keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem. Du spielst mit niemandem. Ich frage mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon. Tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Wer ist komisch. Guck mal, was so Klamotten da an hat. Mit seinen Hochwasserhosen. Spiel wir verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Vergiss es. Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen, wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir. Kommst du auch mit, Lukas? Hm. Ich mag nicht. Ganz ehrlich, mit solchen Trotteln würde ich auch nicht gerne spielen. Komm, lass das Ding ein Auto hier. Oh. Was? Eine Vision. Ah, okay. Alles auf die Plätze. Boah, das ist so schnell. Bruder. Hallo. Ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Hallo. Hört mich jemand? Hören Sie mich? Hallo. Äh, mein Bruder und ein paar andere Kinder sind in Halle 4 und da brennt es gleich. Sie müssen sie retten, bitte. Los. Ach, dass du wegkommst. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Es ist die Wahrheit, ich schwöre es. Helfen Sie mir bitte. Sie müssen mir helfen. So viele Emotionen in diesem Synchronspräch. Ich schwende hier nur meine Zeit und glaubt es eh niemand. Ich selbst muss Markus und die anderen warnen gehen. Brot sprach von einem Loch im Zaun. Loch? Wo ist dieses Loch? Okay, schau mir ganz kurz mal. Loch, 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 loch. Okay, nicht blind. Wie schön bin ich schon vorbeigelaufen. Okay. Jetzt haben wir es. Komm schon noch mit dir. Jetzt die Rechte. Rechts. Links. Rechts. Auf hoch. Okay. Okay. Also hier ist... Hier läuft schon mal der Soldat. Ich laufe jetzt einfach mal straight durch. Mich sollte keiner sehen. Gehe ich mal von aus. Laufen wir mal hier durch. Okay. Hier ist doch keiner. Wart mal. Ist da wieder was kaputt? 100 Pro. Wart mal. Wart da ist was. Ah, da ist was. Da ist was. Okay, rein mit dir. Okay, sind wir drin. Und jetzt? Hier habe ich halt ein riesen Sichtfeld, sehe ich gerade. Genau hier ist ein Typ. Genau hier. Hm, was mache ich jetzt? Das ist ein Typ. Oh, das sieht mich doch direkt, oder? Oh, das sieht mich doch direkt, oder? Ey, wenn da dieser LKW ist, dann kann ich doch durchlaufen, oder? Oh, das sieht mich doch nicht. Wat man? Oh ja, genau, genau. Ah. Schade. Komm schon, lauf, 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 lauf. Okay, jetzt laufen wir durch, vielleicht sieht er mich nicht mehr. Und, 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 hat's geklappt? Ja! Mann! Markus, ich komme! Okay, da ist ein Loch. Rein mit dir. Okay, krabbel durch. Lukas, was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus, die Halle wird explodieren. Hä? Wie soll denn? Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus, sie explodiert gleich. Ich such noch nach den anderen. Wie der Reden. Keine Emotionen. Aber wie gesagt, es war ja neu mit dem ganzen. Synchros. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wo seid ihr? Jungs! Jungs, wo seid ihr? Was seid ihr? Ich weiß noch gar nicht, ob ich richtig bin. Ich kann hier gar nichts sehen hier. Was willst du denn hier, Lukas? Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Gute Taktik. Mit seinen toten Augen. Schaut er die ganzen anderen an. Okay, einen habe ich draußen. Wie viele waren das eigentlich? Markus ist draußen. Dieser eine Junge ist draußen. Ich glaube, das waren noch zwei weitere, oder? Ah, hier ist er. Hier war noch was. Hier war noch was. Hier. Was willst du hier, Lukas? Geh raus. Wir spielen nicht mit dir. Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Zähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Ich lüg ihn einfach an. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähl ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du hier ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Wir sprechen uns noch, du Depp. Du Depp. Hat's funktioniert. Okay, noch einer. Wo ist dieser Strolch? Komm her, wo bist du? Oh, hier brennt es aber tierisch. Und keiner merkt es, oder was? Hey, was ist mit der Steuerung wieder los hier? Ich kann mich gar nicht bewegen. Jetzt geht es einigermaßen besser. Guck mal, ich kann... Es läuft gar nicht. Die Steuerung geht nicht. Komm schon, wo bist du? Ah, hier, 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 hier. Wo war der? Hier. Es wird alles verbrennen. Es wird explodieren. Du musst sofort hier raus. Du musst raus. Was soll denn der Mist? Du verschwindest gefälligst, anstatt uns das Spiel zu vermasseln. Es brennt. Du wirst die Halle jetzt sofort verlassen. Ich mein's ernst. Mist, Lukas. Du bist ein Vollidiot. Fällst. Okay, jetzt sterb ich selbst. Ah, nee, doch nicht. Boah, war das knapp. Boah. Was ist denn hier los? Ist es ein Hangout oder was? What the fuck? Was ist hier los? Hallo? Ist es geplant? Hallo? Hallo? Quicktime Events? Okay, ich muss es wohl wahrscheinlich nochmal neu spielen jetzt hier. Es hängt. Okay, ich lade gerade neu. Und dann geht's weiter. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich konnte sie gerade noch wahren. War aber knapp. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas? Hörst du mich? Krass. Ich hab mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für... für... sagen wir übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier. Ihre Adresse. Das war in Ellenbeschrift. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Bruder, erinnere dich an die Station, als ich die Kinder geredet habe. Hallo und willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir spielen weiter mit Carla. Wir gehen in die Sporthalle. Na dann. Hey, Tyler ist auch in der Sporthalle. Hmm. Okay. Anscheinend trainieren wir wohl ein bisschen. Trainieren wir halt mit Carla. Viel Spaß und los geht's. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Wies der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirchner? Wer hat mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen, um es so richtig zu verausgaben. Na dann, let's go. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Hier geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Aufwärmen. Ah, hier sind Fitnessgeräte und alles. Ja, trainier mal. Mach mal ein bisschen Butterfly. Brusttraining. Komm. Ja, ohne Handtuch oder was? Ihhh, voll eklig. Wie kann man nur ohne Handtuch trainieren? Eins. Zwei. Hinterlässt dann voll den Schweißplacken. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich krieg gleich einen Krampf. Acht. Neun. Zehn. Boah. Noch eine Übung und ich bin soweit. Hm, was sollen wir denn trainieren? Ja, auch du sollst mal ein bisschen trainieren, Tyler. Komm. Bank drücken. Geil, dass wir zwischen den Charakteren zwischen... Oh, ich hab ja schon einen Krampf. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. Fünf. Sechs. Komm schon. Sechs. Sechs. Ah, ich krieg einen Krampf. Sieben. Sieben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ohne Scheiße, es ist wie Bank drücken gerade, aber mit dem Controller. Auch zehn oder was? Scheiße, ich hab immer an acht gedacht, weil ich selbst immer mit acht Wiederholungen trainiere. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße, ich kann gar nicht mehr. Komm schon. Ah, scheiße, Mann. Heute bin ich im Super-Fund. Noch eine Übung und ich bin soweit. Wie geil. Alter. Ich brauch selbst mal grad ne Pause, Mann. Ganz kurz. Ohne Witz, ich brauch nur ne kurze Pause. Ich schneid jetzt kurz zusammen, keine Sorge. Okay, weiter geht's mit Carla. Ich hab ne kleine Pause gemacht. Ich hab ehrlich schon fast ne Sehnscheinentzündung bekommen. Ja, trink mal was. Ja, trink mal aus der leeren Flasche. Auch Tyler, Tyler, auch du sollst was trinken. Hier. Sehr gut. Das ist die wichtigste Energiequelle. So, Carla, was trainieren wir jetzt? Ja, bisschen Bisschen Bodentraining. Ah, Sit-Ups. Okay, alles klar. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ging schneller als mit dem Butterfeller oder mit dem Bankdrückgerät. Ab in den Boxring. Tyler soll auch nochmal trainieren, eine Sache. Was soll er denn trainieren? Den Bankdrücken haben wir ja schon gemacht. Carla besetzt die Matte. Kannst ja mal aufstehen, oder? Was können wir noch machen? Butterfly auf keinen Fall. Das dauert viel zu lang. Krieg ich ja noch ein Sehnscheinentzündung. Boxtraining, ho? Geht das? Kann ich den Boxsack benutzen? Nope. Vielleicht ein anderer? Da, da hinten. Okay, hier ist eine Grafikblockade. Okay, den Sack kann ich nicht benutzen. Ja gut, dann mach halt auch Bodentraining. Auf die Matte, Tyler. Ah, Liegestütze, alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Komm schon. Meine Finger können nicht mehr. Okay, trägt noch was, Tyler. Tyler, äh, Tyler. Keiler. Keilerei! Okay. Carla, du trinkst auch noch was und danach geht's ab. Verbessert sich nichts an ihrer Verfassung? Na gut, dann rein mit dir. Ladies and Gentlemen, willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigen Carla Valenti. Gegen ineinander. Okay. Frag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rummalbare. Okay, wer wird gewinnen? Carla oder Tyler? Oh, wie der liegt die Klatsch da? Hey man, das war... Ich kann kaum was sehen Hey, ich kann nichts sehen, man Es ist viel zu dunkel Super Ich kann nichts sehen Super-Kala, das war ein geiler Kick. Taekwondo-mäßig. Hey, ich hab doch alles gedrückt, Mann, oder bin ich blind? Es geht viel zu schnell, außerdem sind die Löcher das nicht so richtig. Boah, der verteilt aber richtig, was ist denn da los, Mann? Hey, ich kann echt nichts sehen, ohne Witz. Es löscht gar nicht richtig. Boah, super. Komm, steh auf. Komm schon, Finale. Mann, 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 das ist echt komisch gemacht. Noch eine Runde? Ne, reicht. Nein, mir reicht's. Ich steig unter die Dusche und geh wieder an die Arbeit. Also es ist echt dunkel, das leuchtet gar nicht richtig, ich kann kaum was erkennen, Mann. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf, der Typ ist verrückt, eher nicht. Vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Und? Wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen vor der Stimme. Es gibt da sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord. Aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Hm. Vielleicht ein Ritual? Es spricht einiges für einen Ritualmord oder eine mystische Trance. Die Wahl der Waffe, die Selbstverstümmelung des Mörders, die Art des Einstechens auf das Opfer durch präzise Stiche ins Herz, sieht ganz wie ein religiöses Opfer aus. Vielleicht ein Satanist oder was derartiges. Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Möglicherweise. Es ist unsicher. Um das zu beurteilen, wissen wir momentan noch zu wenig. Er könnte es morgen erneut tun, vielleicht aber auch nie wieder. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Riegel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Okay. Und? Wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay. Sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Außerdem schuldest du mir noch 20 Dollar, Tyler. Und hör auf mit dem Hüftschwung. Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr und hab nur einen Gedanken. So schnell wie möglich ihr Haus. Ich weiß sehr wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Ich musste es versuchen. Ganz ehrlich, ich geh auch nicht gerne in den Keller. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und geh so lang ohne stehen zu bleiben weiter, bis ich den Computer-Terminal finde. War das gut geatmet? Immer schön durchatmen. Okay, da ist der Computer. Lauf durch. Drücken Sie abwechslend in eins. Oh, okay. So schlimm ist es mit Ihrer Platzangst? Was? Ich halte es nicht aus. Ich krieg keine Luft. Ich muss hier raus. Was? Ich versuch's später. Ich werde meine Angst beherrschen. Nochmal. Ein letztes Mal, Carla. Wir schaffen das zusammen. Und wenn nicht, dann stirbst du einfach. Die dreht sich auch irgendwie immer weg hier. Okay, Carla. Du packst das. Auch wenn deine Stimmung jetzt nicht so toll ist. Ich beachte die scheiß Balten nicht. Ich seh das nicht. Ich will einfach nur spielen. Und davon beachte ich nicht, dass ich hier was drücken muss. Ah, jetzt schon wieder. Ah. Komm ich jetzt durch? Nee, ich muss was wieder machen. Ich muss wieder was hier drücken, damit ich hier vorbei kommen kann. Die dreht sich auch immer weg. Ich kann gar nichts machen. Ohne Witz. Ich kann mich hier nicht drehen. Guck mal. Die dreht sich wieder weg. Dreh dich doch endlich, Mann. Carla. Guck mal. Ich drücke nichts. Er dreht sich einfach. So, ich lauf jetzt durch. Madame. Hast du es jetzt endlich gepackt? Und ich hab richtig gedrückt. Da ist der Archiv Terminal. Hier kann ich die Datei einsehen. Die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet. Der Valkysten ereignete sich in den 90ern und dürfte schnell zu finden sein. Die 90er, hm? Erlaub. Wenn sich nur einfach nur das Ding, ich einfach von selbst einfach... Guck, die dreht sich einfach weg. Ich mach doch gar nichts. Ja komm, dreh dich doch endlich. Die dreht sich nicht. Guck mal. Ich drück grad auf den L-Knopf. Ich drück grad auf analog rechts. Aber die geht nicht rüber. Die geht einfach nicht rüber. Die geht nicht rüber. Ist das irgendwie ein Witz oder so? Ich erinnere mich nicht daran, dass es früher am PC so war. Als ich jetzt das Spiel gespielt hatte. Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe alles unter Kontrolle. Nee, hast du nicht. Stirb. Irgendwo war doch eine Visequite-Kassette. Ich wollte doch irgendwas eben anwählen. Guck mal, wie die wieder weg... Wie die sich wegtreten, Mann. Was ist das? Ja, hopp! Mach doch einfach! Ich kann ja nicht... Ich kann nicht spielen. Das geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hängt einfach. Keine Ahnung, was da los ist, aber es geht nicht. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja steht. Dann schau mal. Schau am Terminal... Schau am Terminal am besten auch noch, ob die Steuerung richtig funktioniert. Der Terminal geht nicht an. Da muss es sicher einen Schalter geben. Und der befindet sich wo? Wo ist dieser Schalter? Ich trage dich natürlich weg. Na dann. Ja komm, bitte mach doch einfach. Hm. Nichts zum Verkissen. Muss die falsche Kassette sein. Können wir jetzt auslösen? Ich komm hier nicht mal mehr durch. Wieder ein Strom auslösen. Es geht schon los. Ja. Zittern die Hände. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Bloß nicht von der A... Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Ja, dann prüfen wir. Was sind das für alte Computer? Hm. Nichts zum Verkissen. Muss die falsche Kassette sein. Ja. Wie viele falsche Kassetten noch? Ja, bitte mach doch irgendwas wegen der Steuerung. Wie viele andere. Je mit ihr kamen. Du willst ja mal warte. Warte. Ja. 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 Ja, ja. 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 Hm, was muss ich tun, damit es funktioniert und dass die Steuerung funktioniert? Ja komm, Madame! Die scheiße Steuerung! Das geht grad so richtig auf den Sack! Wie kann ich das Ding bewegen hier? Hm, was muss ich tun? Vielleicht muss ich das hier bewegen? Geht gar nicht! Hier sind die 90er. Wie komm ich da hin? Wow, ich schieb bei Betiliere gleich, ich darf nicht so geladen. Okay, ich komm da nicht rein, warte mal. Mach mal das da weg. Dreh mal alles nach rechts. Weil das sind Kartons da hinten, da komm ich nicht weiter. Nein! Ich hab nicht aus. Ich krieg keine Luft. Ich hab nicht ausgefasst. Ich muss hier raus. Sorry, Carla. Oh man, ich hab vergessen für dich zu atmen. Ich versuch's später. Was später? Nein, nein, nein. Ich werde meine Angst beherrschen. Oh. Sorry. Steh auf. Wir versuchen's nochmal. Ich muss echt drauf achten, man. Was ist da los? Komm, lauf. Lauf einfach schnell. Lauf, lauf, lauf schnell durch. Mann, Mann, Mann. Ich bin immer so vertieft. Fokussiert auf die Story. Und dann vergesse ich zu atmen. Wie so ein Depp. Komm ich da jetzt durch? Ey. Die trägt sich aber auch nicht richtig. Okay, da sind Kartons, ich komm da nicht durch. Okay, jetzt hier. Kurbel mal hier rum. Mann, Mann, Mann. Ich weck jetzt einfach zu atmen. Wir sind aber auch nicht die Note-Sieger. Boah. Was war das eben? Kugel hier mal. Geh mir mal rückwärts. Boah. Was hab ich gemacht? Es hat keinen Zweck. Hey. Ich halt einfach nicht aus. Sorry, Carla. Komm schon, noch einmal. Okay. Ey, ich muss mich echt konzentrieren. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich konzentriere mich jetzt. Wenn mich. Ich denke mir, da die Story ja beeinflusst wird, glaube ich, dass wenn sie nicht einmal rausgestürmt wäre, sie auch keine Angst mehr hätte. Also nach dieser Szene. Also ich habe jetzt leider die Story so beeinflusst, dass sie weiterhin Angst haben wird, gehe ich mal von aus. Also das ist jetzt meine Theorie. Ich sehe keine Kassette. Da war doch was. Bestimmt ist es die Kassette. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Komm raus. Auf der einen Seite sage ich, ich will nicht mehr reden, aber ich rede, während ich sage, dass ich nicht mehr reden will. Was für ein Idiot bin ich. Okay, komm. Okay, Carla. Und? Ja! Trophäe erhalten. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Okay. Robert Mitchell. Na dann. Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfittele. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und gerieten das Buch an die Variante des gewissen Takeo. Hey Kyle, Tyler, was geht ab? Guck mal, was den Hüftschwungen der hat. Ach so gut, muss ich nicht mehr R1 und L1 drücken zum Atmen. Schauen wir mal, was gibt es hier. Ich habe eben gedacht, ich kriege so eine Bonus-Kassette wieder. Ach ja, die Steuerhunde. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich laufe einfach hin. Ohne Plan. Grün, Gelb, Blau. Was bedeuten diese Lichter? Der ist mit einer gerade hier beschäftigt. Der sucht wohl was, oder? Suchen Sie was? Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir habe warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt. Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Wenn der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Was geht um dieses Buch hier? Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Ah, da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Da kann kaum Deutsch, aber sagt erstrecken. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja, aber mir leid tun. Ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war es wert. Okay, schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Okay, kann ich nicht durchlaufen? Vielleicht sind hier irgendwelche Bücher, die ich von ihm nehmen kann und dann zusammenmischen kann mit meinem Buch. Wer weiß. Äh, was ist das Hänger hier? Ah, jetzt komme ich hoch. Ah, was ist da? Boah, was ist denn das da jetzt? Muss ich mir jetzt hier was merken oder was? Jetzt komme ich langsam wieder runter. Warte mal. Schau dir nochmal, was ist das hier? Hat es was mit diesen Punkten zu tun wahrscheinlich, die wir vorhin eben gesehen haben? Erdgeschoss 15-1600. Erster Stock 16-1700. 1800. 17-1800. Hm. Hat das was mit Kirsten zu tun oder was? Dass ich jetzt K, J bis N, Rot. Keine Ahnung. Nehme mal Rot. Habe ich es jetzt so richtig verstanden? Dass ich jetzt nur rote Bücher suchen soll, oder was? Ey, was ist da? Was war denn das? Ein Schlüssel. Bewegen Sie die Lupe mit Hilfe des linken Analogsticks. So. Der Sturm. Von William Shakespeare. Was ist das? Da hat ja jemand was reingeschrieben. Führ meinen Bruder zum 18. Geburtstag. M.K. Interessant. Gibt es sonst noch was? Okay, ich glaube, es ging nur um diese eine Stelle. Okay. Okay. Oh, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Ein Fetzenpapier. Sieht aus wie ein Computerausdruck an der Zahnliste. Das ist der Grund gefallen. Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Gucke ich mir im Büro an. Okay. Was hat das jetzt aber mit dem Typen auf sich gehabt? Der hier... Der hier ist. Ah, vielleicht ich doch kann was für dich tun. Aha. Hä? Einfach so? Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden. Dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Aha. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Waisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich säße es von einem Videospiel. Okay. Äh, was? Geh mir mal nochmal zur Lupe. Geh mir mal zur Lupe. Wo war die Lupe? Da hinten. Da hinten. Hä? Ja, benutze doch die Lupe jetzt. Hä? Geht das nicht oder was? Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich mir einfach nur das Buch anschauen, so. Okay. Okay, ich kapiere gar nichts. Geh mir mal dahin, wo es eben diese eine Rückblende da gab. Die Steuerung hängt total gerade. Mann, Mann, Mann. Echt nervig. Komm schon. Was haben wir hier gehabt? War das nicht die Seine Fetzen da, die wir da irgendwie hatten? Was ist das jetzt? Äh. What the fuck? Ich geh nochmal zu dem alten Mann. Da hat doch irgendwas vorhin gesagt. So ein komischer Code. So ein komischer Satz. Der erwartet sich ja schon, dass ich ihm endlich sein blödes Buch bringe. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Satz ging. Stehen da irgendwelche besonderen Namen? Die Krutola, war das das? Die Krutola, was ich eben für ein Buch hatte? 1776. 1776. 1776. War das jetzt nicht. Müsste ich da nicht nochmal hochgehen? Zweites Geschoss. Da war doch 1700 bis 1800, oder? 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 Wenn das Buch, das sie suchen... Tausende alter Bücher. Hier muft's nach Staub und alten Papier. Wo er wohl die Comics hat. Und? Wie heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen? Wie heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen? Soll ich jetzt damit runter gehen oder raus? Okay, dann geh mal runter und schauen wir mal, was jetzt kommt. Okay. Und ich weiß noch mal, was jetzt kommt. Der Krutola ist, dass da... Okay, hier ist das Buch Super, hey Da ist es ja Danke Kumpel Was wollen Sie also über Ihr Buch wissen? Geil Der Kunde Wer war das? Und haben Sie Kunden, die solche Bücher kaufen? Hey Das Buch stammt nicht von mir, falls Sie das meinen Wer das? Ist es selten? Eine eher seltene Ausgabe, was? Nun, das findet man natürlich nicht an jedem Kiosk Aber ein Buchhändler beschafft Ihnen das problemlos Danke für die Hilfe Kein Problem Gern geschehen, Mann Voll rassistisch War es das schon, oder was? Bonus Ja, aber hör Ich bin hier doch gar nicht fertig War es das schon, oder was? Ah, jetzt gebe ich ihm mal mein Buch Achso, ich kann ihm gar nichts mehr geben Sind wir hier fertig, oder was? Kopiere ich nicht Ich kann hier nicht mal rausgehen, weil alles so hängt Der bewegt sich einfach dorthin, wo ich es gar nicht haben will Oh, endlich Oh, ich bin nicht die Ausgang, warten wir Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will gehen, aber irgendwie muss hier noch was passieren. Anscheinend. Was muss noch getan werden? Ach so, noch was oder was? Ich kann das jetzt gehen. Hallo und willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir spielen weiter mit Lucas. Los geht's, viel Spaß. Minus zwölf Grad. Es ist einfach nur kalt. Was war da für ein Schild? Einbahnstraße. Ich muss zum Haus. Ihr Haus befindet sich in dieser Straße. Warum also irgendwo anders so? 36. 36. Okay, schauen wir mal, wo ist die 36? Hä? Ich kann kaum die Nummern sehen, aber da ist ja eine Laterne. Deswegen muss es vielleicht hier sein. Da ist es ja. Okay, klingeln mal. Das ist ja Schul. Das ist wie bei der Schule. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Vielleicht kommt jetzt jemand. Okay, klingeln nochmal. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie die Störung. Es brennt! Irgendwelche Aliens haben uns angegriffen. Ihr Haus wird evakuiert. Ja, ich bin vom Rechnungsservice. Kamerjäger. Bei Ihnen sind überall Kakerlaken. Geh rein. Schauen wir mal, was passiert. Ist hier jemand? Alte Teller auf einem Regal. Okay. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Oh, als ist jemand hier. Nichts Besonderes. Boah. Was für ein riesen Käfisch. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Was hat die so bedeuten? Ich hab schon freundlichere Haustiere gesehen. Die Krähen. War vielleicht eine von den Krähen vorhin letztens auf seinem Balkon? Boah. Sieht echt gruselig aus. Keiner zu Hause? Okay. Mach sie auf. Okay. Was ist denn hier los? Eine Art afrikanisches Totem. Totem? Die Uhr ist stehen geblieben. Uh. Eine ausgestöpfte Eule. Boah. Alle Möbel sind abgedeckt. Als ob hier schon seit langem keiner mehr wohnte. Aber heißes Wasser in dem Krug. Eine ausgestöpfte Krähe. Woher? Wohin hast du mich hingeschickt, Luke? Markus. Genau so heißt dein Bruder. Wohin hat er mich geschickt? Hier sind zwei verschiedene Türen. Okay. Ich schaue uns mal den Tisch an. Kerzenstände. Ein altes Zauberbuch. Wie unheimlich. Oh Mann. Was ist da auf dem Tisch? Kann ich mir nicht anschauen. Okay. Geh weiter. Oh. Oh. Sind... Sind sie Agatha? Warum möchten sie mit Agatha sprechen? Oh Mann. Ich hab keinen Satz. Ich stell mich lieber mal vor. Ich heiße Lucas Kane. Ich habe Probleme und ich muss mit ihr darüber sprechen. Probleme? Und wer hier auf Erden hat die nicht? Hm. Aber echt. Wir haben alle Probleme. Mein Bruder schickt mich. Man kann auch ohne Augen sehen. Krass. Und nun, junger Mann. Schieben sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Natürlich. Alles was sie sagen. Ich hab einfach die Tür aufgedreht wie die Rollstuhl. Okay, dann gehen wir zu den Krähen. Wo waren die nochmal? Hier jetzt rechts, oder? Okay. Dann reden sie bitte. Die Vögel sind einmalige Tiere. Sie können der ganze System in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt sie her, junger Mann? Sagen sie, wie sieht ihr Käfig aus? Ich glaube, ich bin besessen. Ich habe jemanden umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben sie nicht, sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Ich weiß es nicht, aber ich hatte eine Vision. Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien sie so nett. Fütteln sie bitte meine kleinen Lieblinge. Okay. Aber wenn sie Samen wollen, kann ich ihnen auch gerne Wäldchen geben, wenn sie feststellen, was ich meine. Und, sind da Wäldchen? Okay. Ja, jetzt geht's ab. Dann, hier. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Mahlzeit. Hat noch jemand Hunger hier? Gute. Gute. Hab ich alle. Und? Was ist der Auslöser gewesen? Haben Sie eine Vermutung, was den Kontrollverlust ausgelöst haben könnte? Achso, jetzt bin ich Sie, oder was? Vielleicht ein Getränk, ein besonderer Ton oder ein Bild, irgendwas Ungewöhnliches? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt erinnere ich mich ab dem Betreten des Restaurants bis zu dem Moment, wo ich wieder zu mir kam, an nichts. Hm, sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nehme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münde. Oh mein Gott. Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Okay. Es ist jetzt schnell gesagt, also weile ich mich. Einfach mit der Tür. Kopfschauen. Okay, wie ist denn der Wohnzimmer, Madame? Und jetzt? In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Okay, dann haben wir mal diese scheiß Kerzen. Ich meine Streichhölzer. Sie schikaniert mich die ganze Zeit hier rum. Was soll das, Mann? In Wirklichkeit braucht es einfach nur jemanden, der ihre Hausarbeit erledigt. Pack das Messer auch noch gleich mit ein. Geht's? Nee, geht nicht. Okay. Ich vergesse immer X zu drücken. Da kann ich besser schneller laufen. Okay, wo sind die Kerzen? Ich habe nicht zugehört, was ich gesagt habe. Wegen den Kerzen, wo die sind. Wo sind die doch mal? Ah, hier. Oh, was habe ich da gefunden? Ein Rosenkranz. Der Schrank ist abgeschlossen. Warum? Ich gruselige Kamera in Schellung irgendwie. Ein Bonus. Wow. Ein uralter, hinter einem Tuch versteckter Spiegel. Was dies zu bedeuten mag? Und wie ist, Mann? Wo sind die Kerzen? Mann, ich hab nicht zugehört. Sorry. Madame? Ach, noch mal Glück gehabt. Okay, ich steh auf, Kerzen rein, anzünden und dann geht's weiter. Okay, und die wird auch angezündet. Und noch eine Kerze, wie ich da sehe, muss auch noch aufgesteckt werden. Es werde Licht. Mann, Mann, Mann. Okay, Madame. Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Oh, Mann. Was soll ich doch alles machen hier? Oh, Mann. Wo ist das Licht? Hier ist doch ein Vorhang. Ich glaube, ich sehe hier noch was. Ah, hier. Irgendwo war doch noch Licht, oder? Okay, ist alles erledigt? Alles abgedeckt, oder? Fluss da oben. Okay, dann setzen wir uns. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in Ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der Sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus Ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in Ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden, aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz ungefährlich ist. Wollen Sie, oder wollen Sie es nicht versuchen? Ja, ich versuch's. Ich will es. Ihre Hände, bitte. Jetzt, die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Boah, ich muss die Hände mit den Augen wieder aufmachen. Warte mal. Sie sind geanget worden. Lukas, sind Sie da? Boah, ich hab eben selbst die Augen zugemacht. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Vergessen Sie alles Überflüssige und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Ich bin nun im Restaurant. Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch an, den Sie saßen. Ich such ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Okay, weiter geht's. Ich stehe neben dem Tisch. Aber er ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Okay, super. Weiter. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas? Wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich. Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott. Ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben, Lukas. Schön konzentrieren. Ich... Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf dem Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie noch mal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen, verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Weiter zurück? Wo sind Sie jetzt? Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch. Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Mom. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Klickert. Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgedrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeare's Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich... Ich... Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Krass. Voll anstrengend. Ich will der Story folgen. Ich will meine Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der... Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich... Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum noch viel mehr, als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Keine Ahnung. Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Was passiert hier? Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden. Und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann, dich zu folgen. Mann. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Voll anstrengend. Selbstwahrnehmung. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein. Ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo und willkommen zurück zu Fahrenheit. Mann, 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 Mann. Was ist hier nur los? Wir spielen weiter mit Carla. Viel Spaß. Los geht's. Polizeiakademie. Minus 12 Grad. Hier wird ja mal richtig rumgeballert. Okay. Ich kann ja auch mit niemandem reden, ne? Entschuldigen Sie, bitte. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Ja. Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Aha. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Ah, ist klar. Der Kirstenfall. Wow. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist gehauen. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay. Gerne. Voll der Flirter. Flirtmaschine. Dann lass mal hier rumballern. Aber nur mit der Pistole. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sergeant. Okay, Carla. Baller nur mit der Pistole und nicht mit dem Typen. Oh, meine Frisur. Obwohl, die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Okay. Greif zu. Carla ist tough. Dem macht man keine Faxen. Okay. Drücken Sie die R1, das ist zum Feuern. R2, das ist zum Nachladen. Töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn Sie Zivilisten trinken, sind Ihnen Zeit abgezogen. Alles klar. Und wie erkenne ich jetzt Terroristen und Zivilisten? Wow, es ist schlimm. Wow, man. Die Steuerung ist echt schlimm. Fuck, man. Es ist schlimm. Fuck. Das zuckt so schnell weg. Ah, der ist gar nicht weg. Mann. Bin ich schlecht? Was soll ich machen? Die Steuerung ist echt katastrophal. Das zuckt weg. Das ist kein Call of Duty, der Battlefield oder irgendwas anderes. Oh, Mann. Komm schon. Sie haben es aber drauf. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen können. Ah, okay. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und er sticht ihn brutal. Was? Und da? Fand man den Mörder? Er rührte sich nicht vom Fleck. Er blieb neben dem Opfer auf dem Boden sitzen, so als warte er auf uns. Völlig leerem Gesichtsausdruck. Oh Mann, ich hätte eigentlich das Opfer erwähnen sollen. Gibt's Erklärung? Hat der Mörder je versucht, seine Tat zu erklären? Als ich am Tatort eintraf, wusste er nicht mehr, was geschehen war. Er sprach nur unverständliches Zeug und wiederholte, er sei es nicht gewesen. Mehr kriegt dich nicht aus ihm raus. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Er sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision. Oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn der Chirurg wäre. 1 zu 1000. Ich muss ihm noch ein bisschen rumballern, da kriege ich vielleicht mehr Informationen aus ihm raus. Okay Carla. Mach die Terroristen fertig. Ich hab doch getroffen, Mann. Okay. Ich brauch Informationen. Oh, wie schnell die nachleben. Krass. Oh, der Name war fast. Okay, wo seid ihr Terroristen? Krass, die Terroristen sind schwarz und die Zivilisten sind weiß. Haben die das bewusst so gemacht? Oder haben die sich dabei nichts gedacht? Oh Mann, will ich die mal schneller? Halt die Klappe. Ich muss mich konzentrieren. Oh oh. Komm schon, komm schon. Es ist so schwer zu steuern mit dem Analog Stick. Mit der Maus wäre es wahrscheinlich besser. Es ist so schwierig. Wow. Mann. War das gut oder schlecht? Boah, das geht immer schlimmer. Exzellenter Schuss. Boah, danke. Dein Naturtalent. So. Und wie ging es weiter? Die Untersuchung? Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. Drei Wochen zuvor. Mitten am Tag. Ein anderes Opfer. Grundlos erstochen war. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der zwei Monate zurück lag. Dann noch einen. Und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Was? Krass. Gibt es irgendeine Bissius dem Mörder? Oder war er es? Und die Täter wurden stets verhaftet? Nein. Entweder begangen sie Selbstmord, bevor wir eintrafen, oder wurden verrückt. Aber alle gingen genau gleich vor. Sie durchtrennten dem Opfer stets die Herzartereien. Ganz akkurat. Dann ritzten sie sich eine Schlange in die Augen. Wow. Die Kistenakte? Und ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt. Fanden sie was heraus? Diesen Fall sollten sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Ich hatte gute Arbeit geleistet und alles getan, was Carla von mir verlangt hatte. Ein kleines Basketballspiel war jetzt genau das Richtige. Vielen Dank. 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 Hallo? Okay, das ist nicht Tiffany. Wow. Oh, Matrix. Oh, Matrix. Oh, ja. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Wir müssen das Telefon oder zur Tür. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. Nein! Komm schon, komm schon. Ich hab noch fünf Leben. Noch fünf Versuche, er hat gesagt. Das war meine Lieblingspflanze. Komm schon, raus mit dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht aufgeben. Komm schon, komm schon. Oh Mann, es wird immer mehr. Oh Mann, es wird immer schneller. Was passiert? Was passiert? Ich komm schon, raus mit dir. Lukas! What the fuck? Lukas' Geschichte verfolgte mich die ganze Nacht. Ich musste zu ihm. Ich musste zu ihm, musste ihn sprechen, um zu erfahren, was Agatha ihm erzählt hatte. Ich wollte ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und die Wahrheit hören. Was mir jetzt gerade einfällt, Markus, dein Bruder hat ja zu Lukas gesagt, dass er an diese ganzen Sachen nicht glaubt. Lukas Cain, hier ist es. Aber im Christentum oder generell im Glauben, glauben die auch an Dämonen und sowas. Also verstehe ich dann gar nicht, warum er sagt, dass er nicht daran glaubt. Und dann ist er ja kein richtiger Priester. Lukas? Lukas? Vielleicht machst du bitte ja. Lukas mach schon auf! Lukas! Lass ihn doch mal, vielleicht ordniert er. Braucht vielleicht seine Ruhe. Okay. Lukas ist in Gefahr. Mir bleibt keine andere Wahl. Okay, Lukas, wo bist du? Oh mein Gott! Zieh ihn rauf! Zieh ihn rauf! Zieh ihn rauf! Lukas! Mein Bruder! Lukas? Um Himmels Willen? Bist du verrückt? Was ist mit dir los? Die Wände. Die Wände wurden weggeblasen. Der Wind, der stürmig. Warum hast du das getan, Lukas? Warum? Jemand versuchte mich umzubringen. Um Himmels Willen, Lukas. Außer mir und dir ist hier doch niemand. Du warst allein, als ich ankam. Ganz allein, Lukas. Ich verstehe nicht, was los ist, Markus. Was ist mit mir los? Beruhige dich, Lukas. Alles wird gut. Ich werde dir helfen. Ganz sicher. Danke, Bruder. Ich liebe dich. Karlas Wohnung. 21.27 Uhr. Minus 12 Grad. Es war eine heiße Dusche genommen. Wer stört mich denn hier beim Duschen? Wer ruft an? Erst mal Handtuch drüber. Ach, sie konnte sich aber ziemlich all umziehen und abtrocknen. Okay, dann gehen wir mal zum Telefon. Okay, Knackersch. Wo ist das Telefon? Hier? Wo? Muss ich den nächsten Raub verlassen? Ah, okay. Komm schon weinlich, bevor es weg ist. Ach, hier. Hallo? Was ist dein Lieblingsnummer für den? Mann, bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Nein, gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wachs ist doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend durfte es spät werden. Okay, bis später, Teiler. Ein Fax. Wie sich Zeiten ändern. Obwohl, bei meinem Arbeitgeber gibt es auch immer noch Faxe und so weiter. Kriegen wir Bestellungen und so weiter per Fax. Angebote, Anfragen verschicken, machen wir auch gerne mal per AX. Geht nämlich ziemlich schnell. Okay, gehen wir zum Teiler. Wir kümmern uns um Fax. Okay. Erstmal das Faxzeichen betätigen. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Liesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hätte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelte. Okay, wir füllen es da raus. Nimm mal den Zettel hier. Da ist noch dieser Fetzen. Komm, nimm. Hier ist das Faxgerät. So ein Ding kannst du doch nicht benutzen. Achso, schon erledigt. Alles klar. Okay, okay, ich mach mal wieder hin. Wieder auf den Tisch und jetzt sorg dich mal hin. Mach mal Licht an. Okay, gehen wir mal ein bisschen arbeiten. Neue Erkenntnisse. Penisvergrößerung. Diesen Virus will ich nicht anklicken irgendwie. Das ist von Sam's, von vorhin schon. Hatten wir ja schon. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, wir gehen zu Carla. Steh auf. Okay, Carla hat jetzt wahrscheinlich das Fax bekommen. Wo ist das Faxgerät? Schöne Musik mit Wettmann. Generell ist das Soundtrack. Richtig. Optisch mal hin. Das Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen. Was kann das sein? Das Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen. Was kann das sein? Das finden wir jetzt mal heraus. Tipp dich mal durch. Oh, noch ein bisschen Warnung. Jetzt such doch mal nach diesem Zellesezeichen, Mann. Super. Ich rufe Tyler. Hä? Was steht da denn? Was hat sie denn für Erkenntnisse jetzt gehabt, als sie da irgendwo gesucht hat? Okay, wo ist das Telefon nochmal? Ja, wackel mal mit dem Wackel hier. Okay, ruf ihn an. Wie ich das in den Blasen, die sie nun bekommt. Nur weil sie so ein Unterteil hat. Das ist so ein Neuer. Es sind Börsennotierungen. Das Lesezeichen stammt aus einer Bank. Börsennotierungen? Wie kommst du da drauf? Erzähl ich dir später. Irgendwie muss ich feststellen lassen, in welcher Bank die Liste gedruckt wurde. Klar, jetzt halt scharf nachdenken. Wer es zuerst findet, ruft den anderen an. Okay. Oh, hier sieht man die Auszickelhäuser, die hat sich meine Zickel. Im Westen Afrikas sind wir hier trocken heiß. Komm, wir müssen ihn hier nun vorausschauen. Ich will gewinnen. Das ist Tommy. Wer könnte das sagen, diese Zahl? Na warte. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, zieh dich schnell um. Ja, ich komme ja gleich, Mann. Geh mal noch schnell. Warte mal ganz kurz. Wo ist das Schlafzimmer? Ich glaube, da hinten, oder? Ja, warte mal, ey. Ich rufe gleich die Polizei wegen Belästigung. Oh, Mann, die Steuerung. So. Kleiderschrank. Das ist immer das, was ich ihm angesprochen hatte. Es ist so kalt, aber du läufst so rum. Okay. Wo sind die Kleider? Kleiderschrank? Wo bist du? Ah, hier. Wegen diesen Kamerainstellungen sieht man es halt so schlecht. Okay. Ja, zieh dir was über. Oder wie Andreas von Frauentorch sagen würde. Zieh dich aus. Ich komme dann auch gleich und ziehe mich auch aus. Halt, stopp. Okay. Mann, ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Okay, ich komme. Carla zieht aber auch gerne immer dasselbe an. So. Wo war das? Wo ist die Tür? 50 Mal klingelt dieser Stalker. Tommy. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesillin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Hm. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich suche sie. Okay, da holen wir mal die Weingläser für den netten Tommy hier. Entweder er will mich verfehlen oder er ist schwul. So. Was sind die Weingläser? Man kann auch aus dem Topf trinken, oder? Dann halt nicht. So. Und jetzt? Hast du Bock auf Erbsen? Nein? Okay. Und hier? Hm. Und da? Aha. Und auch nur zwei Gläser. Was, wenn jetzt eine kaputt geht? Das ist keine Ersatzgläser. So, bitte schön, der Herr. Setz dich, Carla. Wie der mich anguckt, wie so ein Psycho. Ah, mir ist ja K.O. trocken oder sowas drin. Einen Toast? Okay. Auf was? Auf die Liebe. Was sonst? Auf die Liebe. Auf die Liebe. Na, Tommy. Wie läuft's bei der Arbeit? Wie läuft die Arbeit? Hm. Eher gut. Diesen Monat hab ich von meinem Team den zweithöchsten Gewinn erzielt. Super, was? Das nervt allerdings einige meiner Kollegen. Die machen sich über mich lustig. Ist mir aber egal. Ich tu, was ich will. Warum? Weil du so rumrollst, oder was? Und wie ist's bei mir? Und wie geht's dir? Ja, viel zu tun, Herr. In der Zeitung ließ ich jeden Tag die Verbrechensrate nehme zu. Immerhin tust du was Nützliches. Von wegen. Weißt du, wenn man seine Runden macht und Zehnjährige sieht, die von was weiß ich high sind und mit Pistolen hantieren, dann fühlt man sich nutzlos. Es treiben sich immer mehr Kinder auf den Straßen rum und wir haben einfach keine konkrete Antwort auf das Problem. Außer dem Gefängnis. Manchmal nimmt sie mich total mit und zieht mich runter. Hm. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer in New Yorkshire es sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen. Für die sind wir alles. Nur nicht normale Leute. Ach was. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarte? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Okay. Erst ist er schwul, dann ist er ein Zigeuner. Also mir ist es eigentlich egal, ob jemand schwul ist. Juckt mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ah, die mischen erst mal. Sehr gut. Nicht vertrauen. Ähm, und jetzt? Heb ab. Okay, was passiert jetzt? Nimm zwei Karten. Zwei, alles klar. Kann ich den mir aussuchen? Bewegen mit linkem Analog Stick, alles klar. Ah, hoch, runter. Ich nehm die da. Die bedeutet jetzt? Achso, noch eine. Danach redet er wahrscheinlich erst. Okay, Tommy. Erzähl mir jetzt was. Aber sag mir nicht, dass ich jetzt lesbisch werde. Dich erwartet eine dunkle Zeit. Eine Flucht. Und große Gefahr. Liegt zwei dazu. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube nicht an sowas. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube an Geister, an Dämonen, an Djinn und sowas. Bin ich schon ehrlich. Aber ich glaube nicht daran, dass irgendein Typ mir Karten legen kann. Oder irgendeine Frau von irgendeinem umstrittenen Fernsehsender. Ich will jetzt die Namen nicht sagen. Wo man dann anrufen muss. Irgendeine 0,900er Nummer. Und dann zahlt man ein, zwei, drei Euro pro Minute. Und dann sagt die Person, ja, ja, sie werden morgen ihren Ehepartner finden. Irgendwie sowas. Das habe ich ja bei, oh Mann, da habe ich früher, als ich Fernsehen geschaut habe, als ich früher Fernsehen geschaut habe, habe ich da alles rumgesappt. Und heute schaue ich überhaupt keinen Fernseher mehr. Aber egal. Als ich da rumgesappt habe. Oh Mann, was für ein Mist die von sich gegeben haben. Dann haben die sogar auch voll die negativen Sachen teilweise gesagt. Da haben die gesagt, okay, sie werden hier voll depressiv sein. Ihr Mann wird sie verlassen. Ohne Witz, ich mache keinen Spaß. Da haben die solche Sachen vor sich gegeben. Und so. Und die Leute haben, die rufen auch noch an. Warum rufen die wohl an? Die haben Probleme, wollen sich was anhören. Wollen sich Mut einreden lassen. Und glauben anscheinend dann auch an sowas. Und dann erzähl doch den Leuten noch was Gescheites. Dann lüge sie an, sag, dass sie ein tolles Leben haben werden. Aber wenn du doch eh keine Ahnung hast, warum da noch Negativität einreden. Mann, 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 zu viel Gelaber. Weiter geht's. Noch eine Karte. Ich mache eigentlich alles ein bisschen versetzt hier. Nee, nee, wir nehmen ganz oben rechts. Hier. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir. Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Soll ich gleich alle aufdecken, Tobi? Dass du dir deine Geschichte einreden kannst. Und Carla nimmt es auch noch mit. Ich nehme ganz unten links. So sind sie systematisch. Und hier ist auch noch was frei. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. So ein Scheiß. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Kann ich's abbrechen? Hier noch zwei Karten. Kann ich's abbrechen? So ein Mist. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben. Der andere zum... Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Okay. Seit wann interessierst du dich für Geld? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Mit einem Fax nicht. Aber auf dem Originalpapier müsste ein Wasserzeichen drauf sein. Mit dem ID-Code der entsprechenden Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht, Carla. Okay, das mit den Tarot-Karten ist ein absoluter Reinfall, würde ich mal sagen. Super. Ich rufe Tyler an. Jo, mach das. Aber ich glaube, im Sinne der Story hat es wahrscheinlich schon einen Grund. Kann ich die einstecken, oder was? Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnt ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Du glaubst zwar nicht an den Kram, aber deine Stimmung ist runtergegangen. Naja, was war eine Ironie. So. Wo ist das Telefon? Hier. Aber auch schon zu damaligen Zeiten gab es doch schon Handys. Also keine Ahnung, warum die sich mal auf Festnetztelefon anrufen. Tyler? Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich gucke nach und ruf dich zurück. Dann gehen wir mal zu Tyler. Boing. Hast du es übersehen, hä? Großer. Wo ist es hier? Hier ist der Fetzen. Ja, komm. Wo ist der? Nimm doch, geh doch zum Fetzen. Oh, muss ich mich setzen, oder was? Okay. Hals ans Licht. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe des linken Analogsitzelsklar. Da ist es. Ich glaube, ich hab's. Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Äh, ja. Okay, geh du. Wir treffen uns dann später auf der Wache und gehen alles durch. Bis morgen, Tyler. Bis morgen. Ciao. Was ist jetzt schon wieder los? Hallo, Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Oh, Mann. Willkommen zurück zu Fahrenheit. Was haben wir denn hier? Okay. Ich muss wahrscheinlich Beweise weg. Wahrscheinlich Unterschlag. Wart mal ganz kurz. Was haben wir noch? Guck mal, ein Bonus. Der nehmen wir gleich mal mit, ne? Okay. Okay. Was noch? Was? Vielleicht muss ich ja was löschen oder so. Okay, am PC gibt's nichts zu erledigen. Der Bonus, steh auf. Ich seh schon ein paar Sachen auf dem Tisch. Wart mal. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Das muss auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall. Oh, das verstecke ich am besten. Gute Idee. Wohin? Ja, was ist los? Hä? Achso, der hat sich schon von selbst versteckt. Okay. Was ist? Was ist das? Wen interessiert's? Aber Shakespeare. Das andere Buch war ja auch von Shakespeare. Okay, machen wir das auch weg. Okay. Das Buch gab Markus mir zusammen mit dem, das ich im Restaurant vergaß. Das sollte ich besser weg tun. Hat das noch hingekriegt jetzt oder was? Oha. Hab ich's gepackt? Hallo, Inspektor Tyler-Miles, New Yorker Polizei. Sind Sie, Lukas Kane? Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Ja, hallo, Officer. Ich bin ganz lieb. Ja, ich bin behilflich. Tja, ich verstehe bloß nicht, wie ich Ihnen da behilflich sein könnte. Nun, kann man nie wissen. Dauert nicht lang. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Bin gespannt, ob er das Wasserzeichen erwähnt. Nein, der könnte überall gedruckt worden sein. Schauen Sie mal genauer hin. Das Wasserzeichen enthält den ID-Code von Ihrer Bank. Das bedeutet, das Papier stammt von hier. Das ist mir völlig entgangen. In der Tat, dann muss dieses Papier von hier stammen. Ich hab drauf Wache gekriegt. Lass Sie sich irgendwie feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Keine Ahnung. Hm, schwer zu sagen. Alle Angestellten dieser Bank können dieses Papier benutzen, wissen Sie? Ihr Chef sagt, diese Art von Papier würde nur von den Börsenhändlern benutzt, um Notierungen auszudrucken. Das, das stimmt durchaus. Aber wir haben hier über 100 Händler. Wie sollen wir da einen finden? Dieser Typ ist irgendwie nicht normal. Der hat wohl was zu verwerben. Oh. Ah, schon wieder diese Dinger. Alles in Ordnung, Herr Cain? Herr Cain. Ja, äh, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde. Was hat er bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Keine Ahnung, Mann. Hören Sie, ich hatte einen harten Tag. Wenn's Ihnen nichts ausmacht... Ich hatte auch einen harten Tag, Herr Cain. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser für alle. Also beantworten Sie bitte meine Frage. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mithilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Was ist da jetzt wieder los? Was ist da jetzt wieder los? Erkennen Sie jemanden? Das bin doch ich. Ist das ein Scherz? Wissen Sie, das ist ein Allerweltsgesicht. Könnte selbst ich sein. Stimmt. Phantombilder sind oft sehr ungenau. Hm. Das verdächtigt mich dabei schon, Herr. Ich hab viele Fehler gemacht. Den da werden wir wohl nicht so schnell schnappen. Das Phantombild scheint unbrauchbar zu sein. Ah. Blickamt. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Mann. Ich... Ich glaubte... Entschuldigung. Da war eine Schnacke. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Ich hab schon gehört, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er was dazu sagt. Ach so. Okay. Dann sag mal ehrlich. Mir geht's nicht so gut. Ja, ich... Nun, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Genau. Oh, scheiße. Haben Sie was an den Armen? Hä? Ich hab zu Hause was repariert und... Hatte einen dummen Unfall. Ich hab wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Das ist mein Pro. Der Priester sieht ihm verdammt ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied? Ich glaub, da muss man nicht lügen. Man sagt einfach, das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Markus. Mann. Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt? Sie sehen schlecht aus. Ähm, ist nur eine... Leichte Erkältung. Ich hab doch gestern Anfälle gehabt. Haben Sie es schon vergessen? Epilepsi? Hallo? Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Er könnte durchaus der Täter sein. Das muss ich checken. Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Äh, keine Ahnung, ja. Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Das verkacken alle. Ich gehe nicht oft weg, also war ich sicher zu Hause. Aha. Kann das jemand bestätigen? Mir... Mir ist nicht gut. Ich spritze mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Okay, wir kommen nie wieder zurück. Ciao, Tyler. Wieder mal. Hau ab! Tiff, Mann. Ah, der in den Fingerabdrücken ist, oder? Sein Stift. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Was ist das? Das Foto. Da steht was auf dem Bild. LK, MK, Juni 2003. Ich spiele so, dass ich den, äh, Lukas fangen kann. Ich will Lukas kriegen, und wenn ich Lukas bin, will ich, äh, irgendwie nicht, äh, will ich irgendwie nicht geschnappt werden. Ein fetzen Computerpapier. Ich nehme mich am Asken mit. Ich stecke alles ein. Wie ich spiele. Wenn ich Lukas bin, will ich alles verstecken. Wenn ich Tyler bin, will ich ihn kriegen. Hey, da muss dein Job richtig machen. Das ist nichts Interessantes. Okay. Was ist hier noch in der Schublade? Vielleicht noch ein Bonus? Geht's wieder? Ja. Danke. Ich habe keine Fragen mehr und will sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Gerne, Herr Tyler. Bye, bye. Wir gehen zu Agatha, okay. Komm schon. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder, und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Agatha? Agatha, ich bin's. Lukas! Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich da? Agatha! Was ist mit dir? Nee. Ist sie tot oder was? Atmet sie? Ja, red mir mal, Lukas. Was ist los? Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als einzige helfen. Sie wusste als einzige Bescheid. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteht. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei ertrifft. Okay. Hä? Sagen Sie, wie sieht ihr sprechlich aus? Ist das gerade eine Erinnerung oder redet ihr wirklich mit mir? Hm. Ich stecke mal ein. Ist da was? Was war da auch? Irgendwas mit einem Auge war doch hier. Eine alte Spur. Und das? Nichts Besonderes. Ach, das hatten wir doch alles schon gesehen. Wie stimmt das was bei den Krähen? Das sind doch ihre Lieblinge. So wie ihre Kinder. Ich weiß nix. Hey. Das ist ein Kip. Ah. Mit dem Messer. Komm schon. Beeil dich. Ah. Jetzt auch noch aufmachen. Komm schon. Nimm. Mein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lesen? Okay. Lesen wir später, man. Wir müssen abhauen. Ja, überall noch Fingerabdrücke. Der hat gar keine Handschuhe an. Ja, der hat aber auch nicht geplant, dass er stirbt. Also nicht zur Vordertür raus. Die ist gesperrt. Ich kann hier nicht durch. Okay, da komm. Wir gehen durchs Fenster wie der andere. Oh man, die Steuerung. Komm, raus mit dir. Ja, hau ab. Komm, hau ab. Sicher, sicher. Hoffentlich hat er doch gut. Dann bis zum nächsten Mal. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hey, Kevin. Ruft den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Hallo. Keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Okay, Chef. Was ist denn da los? Willkommen zurück zur Fahrenheit. Also ich werde gleich rumschikaniert. Was ist denn da los? Okay, dann machen wir den Ofen an. Aber was man nicht alles für die Frau macht. Ich musste mich auch schon einige Mal zum Affen machen. Aber es ist ja auch Regal. Hol den Champagner raus. Äh, ich brauch wahrscheinlich Gläser, oder? Schenk mal ein. Ohlala. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Äh, tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht, äh, Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler! Okay, okay, Baby. Vor genau zwei Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Äh, kann ich machen, aber... Dann wird es wieder stumm gestellt. Irgendwo ist denn das Radio? Wo ist denn das Radio? glaube ich, hier raus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazar und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Ja, dann schauen wir mal. Soll ich jetzt zu Tyler gehen oder was? Okay. Ansehen. Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Dann merkt ihr doch mal alles jetzt. Das Buch. Schau dir's an. Der Shakespeare, der im Lokal unter dem Tisch des Verdächtigen lag. Gibt's eine Verbindung zwischen denen? Nein. Diese beiden passen nicht zusammen. Wer ruft jetzt an? Tyler ist es wohl nicht. Da vergnügt sich gerade. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrtziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Tschüss. Oh, der Lukas ist ja mit dem Taxi, glaube ich, gefahren, aber das weiß Carla ja noch nicht. Da fehlt mir das mal heraus. Nehne gerne PC und schau dir die Ergebnisse an. Ja. Es hängt so sehr. Leider. Ja, und? Nein. Wie, ist der schon registriert oder was? Oh, Mann. Ach so, die weiß es ja, weil es der Kulli ist, den er geklaut hat. Und jetzt die Testergebnisse und das da und das Fax. Ansehen. Die Liste der Fahrtziele, die die Taxis in der Mordnacht anfuhren. Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Da verbindet doch mal. Nein, das bringt nichts. Herein. Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich... Ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab... ...den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Aber ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Das war jetzt ziemlich unglaubwürdig. Carla arbeitet bis nachts, um hier irgendwas herauszufinden. Und dann kommt er rein und sagt, ja, sorry, ich hab's einfach mal verpasst. Ich hab den gar nicht gemeldet oder so. Das ist hier Arbeitsverweigerung oder wie man das auch nennt. Das ist Behinderung von Ermittlungen oder was weiß ich. Ich hab jetzt die Bullensprache nicht im Kopf und ich will es auch nicht im Kopf haben. Auf jeden Fall, normal wäre das so ein Gespräch jetzt nicht. Muss man so sagen. Aber die Taxi-Dings-Bumster. Die Taxi-Liste wird auf jeden Fall interessant sein. Denn da kann man ja die Adresse herausfinden. Wo der war. Jetzt geh mal zu Ding. Warte mal, da war doch irgendwo so ein Zeichen. Was war das? Ein Fingerabdruck, oder? Warte mal ganz kurz. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Na, okay. Dann hab ich was. Das nicht? Nee, nee. Diese Indizien passen nicht zusammen. Da hast du recht, Carla. Ich nehm jetzt den Fingerabdruck und verbinde ihn mit dem Kuli. Mal schauen, was da jetzt passiert. Komm schon. Du findest den Mörder. Finde ihn. Und jetzt verbinden wir mal beides miteinander. Was passiert jetzt? Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Cain unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Noch einen, hä? Okay. Ich will dich hinter Gittern sehen, Cain. Ein Jojo. Total bekloppt, aber hilf mir beim Nachdenken. Mach. Ich hab früher auch immer Jojo gespielt. Ich konnte Affen schaukeln. Ey. Nochmal. Konzentrier dich. Hör auf zu labern. Gleich kommt wieder ein Trick. Yeah. Hört sie irgendwann auch auf? Oh. 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 Juhu. Das hört gar nicht auf. Was ist mit der Stimmung? Wird die besser oder nicht? Ja, die Stimmung verbessert sich irgendwie nicht. Ja, reicht doch, oder? Komm. Hat sie gut getan oder nicht? Ein bisschen. Oh, nee. Die wird immer müder. Müder? Oder immer mehr müde. Echt egal. Was haben wir hier? Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Haben wir das eigentlich schon mit dem Taxi verbunden? Diese Elemente ergeben zusammen keinen Beweis. Was ist mit den Papierfetzen, der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Merkt ihr das mal? Wo ist jetzt das Blatt, das das Teiler geklaut hat letztens? Aus seiner Schublade. Hier. Nee, das ist es nicht. Nein, die stimmen nicht überein. Hä, wo ist denn das Blatt? Das Phantombild des Mörders. Ach. Das passt, glaube ich, gar nicht. Als ich das Phantombild gemacht habe mit der alten Frau. Also mit der Frau vom Restaurant. Da stand dann 0 bis 25% Wiedererkennungswert oder irgendwas ähnliches. Ich habe es falsch gemacht. Aber ist doch wurscht jetzt. Neben den Papierfetzen, okay? Wo ist das Blatt, das Teile geklaut hatte? Wo ist das Blatt? Sag mal, hat der Teile alles noch bei sich? Hat er sich da mit Paper gebaut oder was? Was ist mit dem Buch? Nein, die stimmen nicht überein. Wo ist denn der Papierfetzen, sag mal? Irgendwas brauche ich doch noch. Was ist denn da los? Habe ich noch bei mir irgendwas? Ist ja noch was am PC. Nur noch die Fingerabdrücke. Aber die haben wir ja schon zugewiesen. Soll ich abholen? Soll ich mit dem Typen da fletten? Warte mal. Oder soll ich ein bisschen Basketball spielen? Äh, was ist das jetzt hier? Merkt ihr das mal? Verbindet das mal mit dem Taxi. Weil da sind noch die Adressen. Oh Mann, Carla. Oh, sie wird langsam depressiv. Scheiße. Das bringt sich gleich um. Diese Adresse kommt mir bekannt vor. Ja klar. In der Mordnacht brachte ein Taxi einen Fahrgast zu Cains Wohnung. Jackpot. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Cain ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Krass. Wir kriegen diesen Dreckskerl. Okay, Tyler ist doch beschäftigt. Aber das weiß Carla ja. Deswegen ruft sie ihn an. Mann, Mann, Mann. Wir kriegen diesen verfluchten Mörder. Bis zum nächsten Mal. D Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist los? Die Reinigung. Kann ich was steuern? Nee. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Ich brauche nicht lang. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Käpt'n Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir alle in Position. Ja, okay. Verstanden, alles klar. Willkommen zurück zu Fahrenheit. Wir sind auf der Jagd nach dem Mörder. Viel Spaß. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich habe seit kurzem nicht mehr das Spiel gespielt. Was ist denn hier? Da kann ich nichts machen. Okay. Okay. Ich gehe zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Okay. Was ist denn hier los? Scheiße. Was ist das denn? Scheiße. Was ist das denn? Vorsicht. Ich checke die Türen. Okay. Wo sind denn die Türen? Oh mein Gott. Was ist denn hier drin los? Kauf dir mal ein bisschen Farbe und streich mal hier rum. Und schieb die hässlichen Wände nicht darauf, dass es hier irgendein Voodoo-Fluch ist oder sowas. Verdammt. Der ist erst mal weg. Der ist weg. Krass. Carla ist jetzt gestresst. Okay. Das ist ja Lukas Wohnung. Hat aber auch er diese Zeichen auf dem Boden da gemalt? Er rennt über die Straße. Das würde ich tun, Carla. Ihn stoppen. Wir kommen. Alles klar. Verstanden. Wir sind da. Es lädt. Lukas Wohnung. 29.01. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich habe es gesehen, als wäre ich da ungewiesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Agatha! Was sieht der? Er hat zu... Oh! Scheiße! Sie haben mich! Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absetzen und mir erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein! 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 Das ist der Auserwählte! Krass! Luftschlag! Krass, Mann! Boom! Boom! Stopp oder ich schieße! Keine Bewegung! Nein! Nein! Boah! Er kann Kugeln ausweichen. Kann er aber auch meiner Spucke ausweichen. Boah! Lukas! Boah, jetzt kommt sogar noch der Helikopter! Hau ab, Digga! Hau ab! Komm schon! Quicktime Events! Quantic Dream! Boah, geiler Sound vom Truck! Scheiße, ich gucke zu viel auf das Spiel! Ich muss mich auf das Ding konzentrieren hier! Gescheitert! Scheiße, Mann! Ich muss mich konzentrieren. Später muss ich mir anschauen, wie es aussieht. Komm schon, konzentrier dich! Lukas! Boah! Komm schon, komm schon! Geschafft! Ich glaube, ich erinnere mich an die Szene ein bisschen. Also nur, dass ich mich an den Helikopter dran gehangen habe. Das ist ja schon ein Jahrzehnt her. Komm schon, Lukas! Lukas! Ich kriege einen Kram mit den Händen. Komm schon! Super. Weitermachen. Kram. Ich habe es gepackt, oder? Oh mein Gott, wurde er überfahren. Ich dachte, er wurde überfahren. Hast du gesehen, was er eben gemacht hat? Da bleibt ihm die Spucke weg. Da bleibt ihm die Spucke weg. Wir müssen ihn kriegen. Nächstes Mal entkommt er uns nicht. Wir kriegen ihn das nächste Mal. Oder auch nicht. Okay. Wir spielen weiter mit Carla oder Tyler. Komm, Carla. Tyler, seine stereotypische Art zu sprechen, schlaucht manchmal. Fünf Männer im Krankenhaus. Vier Polizeiautos schrott. Ein Hubschrauber, der fast über unseren Köpfen explodiert. Und der Typ, der verschwindet in der U-Bahn und geht uns durch die Lappen. Ich hoffe, dafür haben Sie eine angemessene Erklärung. Es ist alles Tylers Schuld. Es ist alles ganz anders gekommen als geplant. Die Operation war genau nach Vorschrift vorbereitet worden und alle waren an ihrem Platz. Aber Kane verfügte über anormale Fähigkeiten. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen? Dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben wirklich, das kaufe ich Ihnen ab? Wie man dieser Käpt'n, der so rumschreit. Äh. Chef, wir sind Profis. Wäre das ein ganz normaler Typ, hätten wir den schon längst eingebuchtet. Wir unterschätzten ihn. Er ist viel gefährlicher, als wir dachten. Ihre fadenscheinigen Ausreden können Sie sich sparen. Wenn die Presse Spitzkrieg das Kane uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und dem Rathaus wird man meinen Kopf fordern. Also, was haben Sie jetzt bitte schön vor? Haben Sie eine Spur? Pesch, gar Digga. Jetzt redet wieder Carla. Caines Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Wir werden jeden Zentimeter seiner Wohnung durchsuchen und seine Bekannten verhören. Er kann sich nicht ewig verstecken. Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen. Verstanden? Ich will, dass Kane mit in 48 Stunden das Handwerk gelegt wird. Ganz egal wie. Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird. Und jetzt raus hier. Alles klar, Captain. Und gehen Sie mal zur Aggressionstherapie. Aber, nicht schon gesucht. Wir haben Caines Abdrücke in eine Wohnung gefunden, wo die Leiche einer alten Frau lag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Gesicht nicht. Gestern Abend geschein in einem Waschsalon in Doppelmord. Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend. Gerrit ist schon vor Ort. Er wartet auf dich. Krass. Jetzt geht es mit Lukas weiter. Lukas. Lukas. Ja? Was ist los? Da wacht gemütlich auf. Auf seinem Mittagsschlaf in der Kirche. St. Paulus Kirche. 30.1. Kurz vor 8. Minus 20 Grad. Steh auf Lukas. 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 Agatha. Agatha. Sind sie es wirklich? Agatha. Ich dachte sie seien... Tot? Na ja. Ich versprach doch ihnen alles zu erklären. Und ich breche nie mein Wort. Hören sie gut zu Lukas. Die Zeit wird sehr knapp. Sie sind weder verrückt. noch ein Mörder. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Was meinen sie? Was sind diese Visionen? Warum gerade ich? Warum wollten sie diesen Mann töten? Reiner Zufall. Irgendwer musste irgendwen töten, damit sich die Schlangenmünde öffnen. Die Schlangenmünde? Sie sind weder der erste, der für dieses Ritual ausgewählt wurde, noch werden sie der letzte sein. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Aber wer hat mich diesen Mörd begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seit Menschengedenken. Sie kommen. Fliegen Sie, Lukas. Sie wollen sie töten. Quesschnittlan. In der alten Maya-Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Agatha? Agatha? Agatha! Du müsstest wieder abbauen. Okay, Lukas. Hörs? Komm, ist die Engel oder was? Greifen Sie uns jetzt die Engel an? Okay, auf die Blitze. War es gescheitert? Ich habe doch gedrückt. Ich habe gedrückt. Scheiße! Scheiße! Komm schon. Komm schon Lukas, nur noch ein Leben Komm schon Happel dich auf Was? Komm schon Komm schon Oh mein Gott, das war eine Meisterleistung Komm schon What the fuck man Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert In dem Bild, ich gucke nur darauf, was ich drücken soll Aber jetzt sehe ich So ein Geist Hält mich Scheiße, drück wieder Komm schon Komm schon, ich kriege einen Krampf, Mann Krass, Matrix, komm Komm schon Komm schon Oh Deshalb kommst du hierher, Lukas Mal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas Es gibt keinen anderen Weg Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht Ich habe diese Visionen Jemand will mich durch meine Visionen umbringen Sie können mich überall angreifen Agatha soll anscheinend nicht mit mir sprechen können Das geht nun aber wirklich zu weit, Lukas Vielleicht bildest du dir das alles nur ein Kann es nicht sein, dass du dich der Wirklichkeit entfremdest? Der Wirklichkeit? Ich bin nicht verrückt, Markus Das befürchtete ich zwar auch Aber jetzt bin ich sicher Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu Hier sind Kräfte am Laufen Ich habe Agatha wieder gesehen Hier, gerade eben Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen Ich glaube, sie will mir helfen Agatha ist tot Willst du etwas sagen, du? Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus Nein, ich habe sie nicht getötet Sie war bereits tot, als ich eintraf Angeblich Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen Das ergibt alles keinen Sinn Natürlich, Mann Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben Die Polizei wird mich sicher verhören kommen Und mich sicher auch beschatten lassen Ja, und ich bin jetzt noch Gottes Ich muss mir ein Versteck suchen Ich werde gesucht Und zwar sicher bald Versteckbrief Zumindest weiß ich nun, dass es eine Erklärung gibt Ich muss aufdecken, wer genau dahinter steckt Sei vorsichtig, Lukas Sie bringen dich um, wenn sie können Nichts könnte schlimmer sein, als das Was ich in den Visionen sehe Die sehen sich aber auch überhaupt nicht ähnlich Markus Lukas hat den Verstand verloren Ich schütze einen Mörder Aber soll ich etwa meinen Bruder verraten? Oh Herr Sag mir, was ich tun soll Tschüssi Wer hat das denn gesagt? Kam es gerade schon Minus 5 Grad Fahrenheit Es wurde mit jedem Tag kälter Die ganze Stadt schien von dem Schnee wie betäubt zu sein Aber noch machte sich niemand Sorgen Gehen wir mal zum Waschsalon Achso, ja R2 ist die Ego-Perspektive Die kein Mensch nutzt Okay Kann ich noch irgendwas nochmal machen? Wie ging es nochmal mit dem Schnellgehen? Ah, mit X Alles klar Geh schon mal rein, Tyler Ich frage erstmal Garrett, ob er schon was weiß Er ist mir recht Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken Okay, Tyler Tyler Okay, kann ich irgendwie noch denken oder so? Kann ich die Leute hier ansprechen? Ey, ist es Lukas? Warte mal Ich höre, kann dein Gesicht sehen? Ne, das ist nicht Lukas Ah, das hängt gerade total hier Kann ich mit denen reden hier? Ah, ich habe schon gewartet, Carla Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt Hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden Als er aufschließen wollte Er kriegte die Tür nicht auf Und spürte, dass sie von innen blockiert war Er sah die beiden Leichen durchs Fenster Und hat die Polizei gerufen Gibt es eine Spur? Irgendwelche Zeugen? Keine Augenzeugen Wir haben in der Nachbarschaft rumgefragt Aber nichts erfahren Der Typ hat Glück gehabt Direkt vorm Fenster einen Doppelmord zu begehen Ohne dass einer was sieht Hm, was ist mit dem Opfer? Was wissen wir über die Opfer? Der Mann hieß José Lopez Er arbeitete hier und sollte gestern Abend zuschließen No way, José Sie kann regelmäßig hier ihre Wäsche waschen Danke, Garrett Das war's Okay, Garrett Gehen wir mal in die Reinigung Okay, dann schauen wir mal Wechseln wir mal zu Tyler Nehmen wir mal den Bonus Warte, da ist was Mach mal auf Die Wäsche der Toten Sie hat wohl kaum geahnt, dass sie die nie wieder anziehen würde Ach Irgendwie Oh Das Opfer Sie wurde von vorne erstochen Sie hat ihre Mörder noch im letzten Moment ins Auge geblickt Hm Geh mal näher ran Achso, nee Ah, das Telefon Sie hat ja wohl keine Zeit mehr zu wählen Schade Ein Zeuge wäre äußerst hilfreich gewesen Geh mal zu Carla Hier sind Blutspuren Ein Hunter-Promisch Wieso ist hier Blut? Wieso ist auf dem Boden Warum ist da so viel Stroh auf dem Boden? Wieso hast du da eine Maske auf? Warte mal Ja, mach dem doch mal ein paar Proben oder sowas hier Was ist denn da los? Carla Okay, kann man hier irgendwas machen? Geh auch zum Opfer Vielleicht findet sie was Drei oder vier Stichwunden in der Herzgegend Wie beim Restaurantopfer Würde mich nicht wundern, wenn die Autopsie eine Durchtrennung der Arterien feststellt Okay Diese bekannten Stiche hier Kann man auch mit Tyler reden? Ja Hier sind auch nochmal Spuren Hast du das Blut hier gesehen? Ja, habe ich Und was schließt du daraus? Dass der Mörder blutete, bevor er sein Opfer erstach Genau wie im Toilettenraum des Restaurants Das zweite Opfer habe ich noch gar nicht gesehen gehabt Wo ist denn der? Ach hier Oh mein Gott, das war's im Auge Ein Messer im Auge Da muss der Tod wohl augenblicklich eintreten Ach ja? Ich schaue es dir genau an Was sind das für Male hier? Seine Handgelenke sind aufgeschlitzt Sieht aus wie ein Symbol Eine Schlange Eine Schlange mit zwei Köpfen So, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Okay, lass mal mit Tyler reden Hey Tyler Lass noch ein bisschen bleiben Warte mal Ich schaue mich noch kurz um Vielleicht gibt es hier noch was besonderes Irgendwas Es kann doch nicht sein, dass das alles jetzt ist Kann ich mit dem Bullen da reden? Nee Das Telefon hat er sich auch noch gar nicht angeschaut Irgendwie ist was das oder was? Gibt es nicht noch irgendwie eine Toilette, wo wir hingehen können? Tyler soll ich auch mal diese Blutspur anschauen Okay, und jetzt nix Hier passiert nix Geh auch mal zum Opfer Das Messer steckt in seinem Auge Das muss verdammt wehtun Karl hat gesagt, dass er sofort stirbt, wenn man das Messer ins Auge bekommt Und du sagst, es tut weh Was jetzt? Warte mal Was soll dieses Schlüsselsymbol bedeuten? Hast du gesehen, dass der Schlüssel steckte? Ja, hab ich gesehen Es gibt keinen anderen Ausgang Wie ist der Mörder rausgekommen? Völlig unlogisch Wie ist der Mörder rausgekommen? Ah, sie ist denn noch hier oder was? Lass mal kurz reden Achso, immer nur dieses Lasst gehen, bleiben Okay Finde ich hier noch irgendwas? Wieso macht denn der Polizist so viele Fotos? Müssen die nicht die Die medizinischen Einheiten oder sowas machen? Achso Ja, okay, das war's Lass abhauen Wir haben hier nix mehr Karl hat Schildschirm im Handy Hat die mit Tommy geschrieben, ne? Gehen wir Ich habe genug gesehen Okay Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht Kane war wie kaum in den Maut im Waschsalon verwickelt Trotzdem musste es zwischen den beiden Mauten eine Verbindung geben Ja Hast du gut bemerkt, Carla Okay Weiter geht's mit Lukas Nicht mal sein eigener Bruder glaubt ihm Naja Los geht's Ich wusste nicht wohin Ich war erschöpft und fürchtete Schon bald entweder an der Kälte Oder vor Hunger sterben zu müssen Ich hoffte für ein paar Stunden in Tiffany's Wohnung Ruhe finden zu können Neue Energien aufzutanken Und zu entscheiden, was nur zu tun hat Ich war erst einmal in ihrer neuen Wohnung gewesen Und erinnerte mich nur vage, wo sie genau lag Aber ich war mir sicher, dass ich mich in der richtigen Straße befand Frühstück bei Tiffany's morgen, eh? Alles klar Da ist es auch schon Achso, man kann ja rennen Weißt du das? Kann ich mit ihm reden? Noch ein Obdachloser Ich hab das Gefühl, die sind überall Und beobachten mich Ich krieg wohl langsam ein paar andere Ich darf mir diese Obdachlose nicht anschauen Und dann wieder jemand depressiv Krass Krass Wie ich dann wieder umzählt da raus Tiffany's Wohnung wird überwacht Logisch Die haben sich schon gedacht, dass ich vielleicht versuchen würde, mich hier zu verstecken Ich komme ich jetzt da rein Wie komme ich da jetzt da rein, ja Wie komme ich da jetzt da rein, ja Wie komme ich da jetzt da rein, ja Wie komme ich 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 da rein, ja Kann ich da irgendwie klettern oder so Ah, hier, warte mal Okay, kletter drüber Okay Komm, rüber mit dir Und jetzt? Nochmal Oh Lukas, Lukas Kletter schneller Da ist ein Rabel Beobachtet der mich auch Da ist sogar einer im Hinterhof Wart mal Vielleicht kann ich den Rabel irgendwie nutzen Okay Okay, die gucken sich gerade an Die können Die würden mich da nicht mehr sehen Jetzt gucken die irgendwie wieder rüber Und wenn die wieder weg gucken, dann gehe ich durch oder was Hier ist ja eine Sackgasse Was ist für eine Kameraeinstellung? Was ist das hier, warte mal Kann ich die Rohre hier durch, okay Sehr gut Okay, geht er hoch So, hoch mit dir Oh, wie lange dauert es noch? Wenn ich jetzt abrutsche, weil es noch geklatt heiß ist Oh Okay, bewegt dich Jetzt merke ich auch gerade jetzt dadurch, dass ich Heavy Rain, Beyond Two Souls und dass ich Detroit durchgespielt habe Warte gleich Okay, super Dadurch, dass ich die ganzen Quantic Dreams Spiele alle schon durchgespielt habe Und Fahrenheit das erste ist, das merkt man hier Im ersten Teil übertreiben wir ein bisschen mit den ganzen Quicktime Events Bisschen zu viel, ne Aber ich muss auch sagen, dass es die Schwierigsten irgendwie sind Es ist voll schnell auf dieses Quicktime hier bei Fahrenheit Aber ich habe auch kürzlich Detroit durchgespielt Das ist einfach nur phänomenal, das Spiel Okay Okay, hat es geklappt? Oh mein Gott, es wird immer knapper Das meine ich halt mit Fahrenheit Die haben es voll knapp gemacht Okay Weiter runter, komm schon Und die merken das nicht? Spüren die das nicht? Gucken die nicht ab und zu mal hoch und runter? Tiffany, ich komme nicht, dass wir sie jetzt erwischen mit einem anderen Typen Dann wird er wieder depressiv Und jetzt? Soll ich ja wieder über den Zaun oder was? Soll ich ja wieder über den Zaun oder was? Soll ich ja wieder über den Zaun oder was? Aber ist okay Damals war das halt richtig geil Damals war das richtig geil, dass man alles nochmal machen konnte Aber gut Ist das hier Fenster oder was? Ne Wo ist das Fenster? Oder soll ich hier hoch? Ne, hier gehe ich nicht hoch Tiffany Die Steuerung hängt Wohin rettende? Ah, hier ist Geh hier durch die Sackgasse Ne Da ist nichts Wo soll ich denn hingehen? Warte mal Hier hin oder aus? Dieses Fenster gehört zu Tiffany´s Wohnung Wenn ich das mal öffnen könnte Komm schon Mach auf Geht's nicht oder was? Komm schon Lukas Bemüh dich Komm schon Mach doch jetzt Ich krieg gleich Krampf Ja, was passiert denn jetzt? Hallo? Mach doch mal jetzt auf Nichts zu machen Es klemmt Ok, schauen wir mal, ob wir irgendwo was finden Vielleicht kann man das irgendwie auskurbeln oder so Warte mal, da war eben was Ein Brett Ein Ziegelstein Warte mal Ich kann's doch ein bisschen noch anders öffnen, oder? Das Fenster Nicht, dass ich's aufbrechen muss Ich will's nicht aufbrechen Tiffany macht dann wieder Schluss Warte mal, vielleicht gibt's noch was anderes hier Gibt's hier nichts anderes? Warte mal, schauen wir uns nochmal hier um Anscheinend ist Ist der Ziegelstein das einzige hier, was man machen kann Wenn ich's Fenster kaputt mache, dann friert die sich noch kaputt Ja gut, ich finde irgendwie keine andere Lösung Dann machen wir's halt Lukas, du hast das Fenster kaputt gemacht Dafür willst du zahlen Und wenn du damit mit deinem Leben bezahlen musst Was? Agatha ist tot? Agatha ist Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffany's Wohnung eingebrochen zu sein Aber ich hatte keine Wahl Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen Ich war geschwächt und müde So ein Penner Und jetzt will er alles wieder von Tiffany abkassieren Kein Wunder, dass er Schluss gemacht hat Oh! Oh mein Gott, voll schnell wieder! Tyler Achso, Tyler wird unter dem Bett nachschauen Ich schläft da jetzt oder was? Plus 10 Ich bin genau im, ich bin genau im Bild drin Okay Kann ich reingehen? Tiffany! Vielleicht war Agatha sogar die Oma von Tiffany Wer weiß Steht in der Zeitung Mein Bild ist in allen Zeitungen Auf der Straße könnte mich jeder erkennen Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein Was war das eben für ein Zeichen? Achso, der hat doch Hunger, dann geh doch an den Fühlschrank, komm Mach auf! Da ist ja gar nichts drin Ein Sandwich Ja, hau rein Sorry Tiffany Wie der frisst, als wäre er im Knast Knochen-Test, Knochen-Test Okay Trink ein bisschen Milch Ja Egal, scheiß drauf, nimm kein Glas Gell? Einfach, einfach so trinken Ist voll eklig, Typ Mach zu Dann wundert er sich, warum ich Schluss mache mit dem Was war da? Juhu, Bonus Nichts zu essen da Nichts zu essen da Nichts zu essen da Und hier, auch nix? Was ist da jetzt? Dose Thunfisch oder was? Ja, da macht es leer und macht es wieder hier rein in den Schrank oder was? Was für ein Vogel Komm, mach leer, dann gehts dir besser Nicht, dass es selbst noch gefährdet ist Ja, wieder in den Schrank rein Okay, zu machen, bitte Okay Was kann ich hier noch tun? Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehenen Spezialisten für Maya Zivilisation begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Meso-Mexo-Mexo-Universität hier in New York Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituelle geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten und... Ein Spezialist für Maya Zivilisation Der muss wissen, was Qishniklan bedeutet Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen Wer hat den Fernseher eingeschaltet? Hä? Was ist los? Kommt jetzt Tiffany Lukas, was machst du hier? Das war doch nur ein One-Night-Stand Beziehungsweise Last-Night-Stand Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt Die Polizei sucht mich Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausholen Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder Ich liebe dich! Ich liebe dich, Lukas Ich will dich nicht verlieren Ah, die Bullen oder was? Aber Lukas, du könntest vielleicht noch den einen oder anderen für mich erledigen Da du ja ein Killer bist, willst du dir nichts ausmachen, oder? Lukas, die Polizei! Es ist alles aus! Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen Versuch ruhig zu bleiben Tiffany Und beantworte ihre Fragen Ich verstecke mich hier Die sind gleich wieder weg, glaub mir Okay, aber du kannst doch Kannst du wirklich niemanden für mich erledigen? Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde Ich komme Soll er wirklich unter den Tisch gehen? Wart mal Schau mal erstmal Also unterm Bett schaut er nach, das weiß ich Unterm Bett wieder nachschauen, wo kann ich mich noch verstecken? Das ist der einzige Hey, das hängt total, ganz ehrlich, Mann Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen Ich muss jetzt aufmachen Ich habe mich verdrückt, ich wollte eigentlich fortgehen drücken Oh mein Gott, da ist das im Ding? Hinterm Vorhang? Da wird doch sofort entdeckt Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei Ich untersuche den Fall Lucas Cain Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin oder nicht? Seine Ex-Freundin Wir sind getrennt, seit ungefähr einem Monat Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm und zwar vorgestern Um ein paar Sachen zu holen Ich blieb nicht lang Seitdem habe ich nichts von ihm gehört Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist Dauert nicht lang Okay Von mir aus Okay Drück mir die Daumen Immer schön Daumen drücken Okay, das schaut sich jetzt um Okay Oh man, der kommt immer näher Sie renovieren wohl, hm? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus Deswegen streiche ich sie neu Das wird aber noch dauern Denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester Im St.Jones Krankenhaus Okay Auf die Plätze, fertig, los, komm Das ist aber schnell, Quicktime hier Ich hab grad Detroit fertig gespielt Detroit war schon krass, aber Wieso ist Ihr Fenster kaputt? Ach, das Da bin ich gestern drangestoßen Als ich die Möbel verrückte Der Glaser wollte es zwar heute reparieren kommen Aber er hat mich wohl vergessen Sagt doch nächstes Mal Dass ein Vogel reingekommen Und reingekommen ist Das ist logischer Wow, was geht da ab, man? Warum so schnell auf einmal? Der hat unter Bett geschaut So wie das geahnt hat Wala, wie schnell noch? Vielen Dank für Ihre Hilfe Falls Cain sich bei Ihnen meldet Rufen Sie mich bitte sofort an Hier ist meine Karte Okay Alles klar Chef Nein, nein, nein Das ist extrem gefährlich Passen Sie auf sich auf Ich kann schon auf mich aufpassen Ich bin eine erwachsene Frau Okay, Bellevue-Anstalt Carla ist wieder unterwegs Minus 20 Grad Du weißt das? Barney, hallo Sie wollen zu Janos Habe ich recht? Janos Er befindet sich im zweiten Flur rechts Wenn Sie fertig sind Öh, der Stromausfall Schon wieder Stromausfall Heute bereits der sechste Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen Danke Ich überwache alles Kein Grund, sich Sorgen zu machen Danke Barney Alles klar, er überwacht alles Zweiter Flur rechts Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach Cain war der Mörder, das stand fest Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hatte Was bedeutet jetzt zweiter Flur rechts? Sorry, ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert Jetzt hier, oder? R2, zweiter Flur rechts Hallo Inspektor, ich warte hier auf Sie Hallo Gut, danke Okay, wir sind hier richtig Krass, was ist denn hier los? Krass, was ist denn hier los? Das ist ja Überall so Wandmalereien Das sind alles Symbole, Zeichen Da hat noch so hohe Decken her Und man hat da so hohe Wände Das ist wie bei der Universität Warte mal Guten Tag, mein Name ist Carla Sie sind mein Tinder-Date? Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei Nein Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist Tut mir leid für die Umstände Es tut mir leid, dass Sie wegen mir festgeschnallt wurden Damit hatte ich nicht gerechnet Ich wollte lediglich ein paar Fragen stellen Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen, irren, wie Sie wissen Was ich sage, ist doch bedeutungslos Oder etwa nicht? Sieht nicht verrückt Vielleicht sind Sie nicht krank Vielleicht hat sich nur nie jemand die Zeit genommen, Ihnen wirklich zuzuhören Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon Sie ist leicht korpulent Mit hispanischen Zügen Er hat ein Messer im Auge stecken Woher wissen Sie das? Ich war dort Ich kann durch seine Augen sehen Bei jedem seiner Morde Bin ich dabei Wer ist Kirsten? Wer ist der Mörder? Das weiß niemand Keiner sieht ihn Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren Aber ich weiß, dass er existiert Er ist unter uns unsichtbar Er ist überall Kirsten Und Sie, Anton Warum haben Sie den Mann getötet? Ich habe niemanden getötet Ich war nur sein Instrument Ich höre seine Stimme in meinem Kopf Und ich sehe das Blut Immer... wieder... Oh... Es muss aufhören Gab es noch andere Morde? Es gab weitere identische Morde Stimmt's? Die Morde werden erst aufhören Wenn das Mädchen gefunden wurde Warum... Warum töten sie? Die Welt ist nicht, was sie glauben Der Orangene Klan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut Er ist überall Er hat seine Zähne Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht und die Antwort auf alle existenziellen Fragen? Sie streben nach Unsterblichkeit Ich... ich muss wieder los, Anton Danke für Ihre Hilfe Es ist bereits zu spät Die Kälte wird uns alle niederraffen Eine neue Rasse wird sich erheben Das Ende der Menschheit Das Ende der Menschheit Das ist witzig Okay, ist es vorbei oder kann ich nochmal mit ihm reden? Schau jemand die Wandmalereien an, ja Hunderte spiralenförmige Muster an den Zehen wenden Warum ist er von dem Symbol so besessen? Vielleicht hat er eine eigene Marke gegründet Vielleicht macht er ja FBA sein Logo Seiner Marke Warte mal, einfach ausgehen oder was? Warte mal Irgendwas kann ich nicht machen Guck mal egal wo ich hingehe, der guckt mir da noch hinterher Der guckt dir voll auf den Arsch Wer schreit denn da im Hintergrund rum? Lief alles nach Wunsch? Ich werde sie... Mist, diesmal scheint es ernst zu sein Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen Nur Geduld, manchmal dauert es eine Weile Wir warten so lange hier Okay Was war das? Oh Gott, die Zellentüren Sie haben sich alle geöffnet Nein Nein Ich kann nichts sehen Ich muss hier weg Sonst finden sie mich auch Wenn ich nicht ruhiger atme Kippe ich in Ohnmacht Und sie kriegen mich garantiert Oh Gott, schnell Ich muss hier weg Ich kann gar nichts sehen Ist das bewusst so gemacht? Ich kann gar nichts sehen Oh nein Ich höre jemanden Geht jemand näher Jetzt bloß nicht bewegen, Carla Halt den Atem an Er... er geht weg Ich kann weiter Jemand dieses Atmen Boah, ich vergesse immer zu schauen wohin Es ist genau neben mir Oh Gott, voll dem Mauertdekolleté Er... er geht weg Ich kann weiter Mein Gott, er ist genau vor mir, Mann Nein Nein Und damit endete alles Meine Angst übermannte mich Und damit war mein Tod besiegelt Hahahaha Warte, wir machen's neu Ich muss nicht, was ich machen soll Okay, Carla Du packst es Oh nein Ich höre jemanden Er kommt jemand näher Ich muss bloß nicht bewegen, Carla Halt den Atem an Okay Puh Er geht weg Ich kann weiter Okay Er ist genau neben mir Den ist wohl warm Wir haben minus 20 Grad Die laufen Oberkörper frei rum Echt? Er geht weg Ich kann weiter Okay Und jetzt? Ich glaube, wir sind richtig Oh oh Okay, dann lauf Lauf War auf jetzt War auf jetzt Wie der guckt Gott sei Dank haben sie es geschafft Das hätte schlimm enden können Die automatische Verregelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet Sert sie verletzt Ist wirklich alles in Ordnung? Endet sie meine Sicherheit zu zählen? Alles Bestens Ich liebe es mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen Ich liebe es mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln verstecken zu spielen Das ist eine Erfahrung Gehört zum Leben Im Museum Da ist Hitman Agent 47 Der ist Tüchter Der ist Tüchter Agent 47 Hallo, ich bin Journalist Ich bin mit Professor Koriakin verabredet Er erwartet sie bereits Koriakin Der sagt einfach Ja, ich bin Journalist Okay, das war aber schon ein geiler Einspieler Mit dem Split Screen Ist ja in Anlehnung auf 24 Damals halt eine der gehyptesten Serien gewesen 24 hat ja auch diese ganzen Split Screen Einstellungen, Kamerasequenzen so geläufig gemacht Und Also die Macher von Fahrenheit haben gesagt, dass sie sich auch davon inspirieren ließen Für dieses Split Screen ganzen Einstellungen Polychroma 3 Fuß Herkunft Mexiko Ja, okay, schön Kunst Weibliche Figur Gefunden an der Pazifikküste Guatemala Ich juckt mich grad gar nicht, aber vielleicht stellt er mir ja irgendwelche Fragen Und dann kann ich diese beantworten Keine Ahnung, ich hab echt keinen Plan Ich will mir die ganzen Sachen nicht anschauen Ich weiß auf jeden Fall, dass hier ein Notausgang ist Wahrscheinlich wird es Wichtig sein später Steinerne Stele aus Palenque Postklassische Epoche Ich hab das Spiel ja schon mal gespielt, ist ja richtig, hab ich am Anfang vom Let's Play auch gesagt Aber das ist ja schon 13 Jahre her Ich hab das Jahr mit 2005 hab ich das Spiel gespielt Ich erinnere mich an die ganzen Sequenzen, ich erinnere mich gar nicht Ich erinnere mich nur noch daran, an der einen Szene, als wir wieder mit Tiffany zusammengekommen sind Aber auch nur an dieser einen Szene, als die sich dann ein bisschen näher gekommen sind Also die Sexszene, an mehr Sachen erinnere ich mich nicht Und an diese Helikopterszene, als wir da verfolgt wurden Da erinnere ich mich einfach nur daran, dass es richtig actionreich war Und dass ich es richtig geil fand Aber ich erinnere mich wirklich an die ganzen Story Ich weiß auch gar nicht mehr, was passiert Ich weiß gar nicht mehr, was in der Story passiert Bei Heavy Rain hab ich jetzt ja auch, ich glaub 2010 hab ich Heavy Rain durchgespielt gehabt Und dann hab ich das jetzt, vor ein paar Monaten wieder gespielt gehabt, also 8 Jahre später Ich hab teilweise sogar vergessen, wer da auch Regami-Killer war Dann ist es mir irgendwann natürlich eingefallen, aber Naja Es ist schon für mich wieder ein neues Spiel Dieses Fresco, eine zweiköpfige Schlange Das gleiche Symbol, das ich mir in der Mordnacht in die Vorderarme ritzte Ja, die zweiköpfige Schlange hat auch Carla vorhin gesehen Was bedeutet dies? Gibt's hier noch mehr von diesen Schlangen? Da ist dieser Chicken Teriyaki, ist ja doch oder so ähnlich Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham Ich hatte sie angerufen Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion Ah, ich hatte sie schon erwartet, junger Mann Was, was sagten Sie noch gleich? Bei welcher Zeitung Sie arbeiten? Welche Zeitung nochmal? Voll arrogant Ja, ich bin freier Journalist Nun, ähm, ich bin freier Journalist Ich arbeite jeweils mit der Zeitung, die gerade Interesse hat Eigenartig Irgendwie kommt mir ihr Gesicht bekannt vor Kennen wir uns vielleicht bereits? Ich bin der Neffe Äh, spaßen wir mal, ne? Ja, das höre ich oft Ich muss wohl ein, ähm, allerwelts Gesicht haben Das gibt's ja leider Tja dann Legen Sie ruhig los Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Queschnitlan Gerne Hierher, ich mache Sie bekannt Okay, geh mal hinterher Der fängt jetzt wahrscheinlich ausführlich an zu reden jetzt Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Queschnitlan Die zweiköpfige Schlange Ein Kopf schaut in unsere Welt Der andere in die andere Welt Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten Konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken Welche andere Welt? Was meinen Sie mit andere Welt? Die Welt jenseits der Unsrigen Das Königreich der Götter und Toten Die Mayas glaubten Ein menschliches Opfer erlaube es ihnen Die Stimme der Verstorbenen zu hören Und in die Zukunft zu blinken Ach ja? Dieses Orakel meinen sie doch Was genau weiß man über diese Orakel? Nicht gerade viel Sie waren sehr mysteriös Sie dienten als mystische Verbindung zwischen den Menschen und den übernatürlichen Kräften Den alten Texten nachzuurteilen hatten die Orakel seltsame Kräfte Was für Kräfte besaßen diese Orakel? Es heißt, sie hätten eine übernatürliche Lebenskraft aufgrund derer das Orakel mehrere hundert Jahre leben kann Und ähm, wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen sie her Wohin? Wohin? Ja komm, red doch jetzt! Hallo! Hallo! Dieses Gemälde aus dem ersten Jahrhundert vor Christus zeigt eine solche Opferzeremonie Das Opfer musste ziemlich lange leiden Denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben Ebenso wie deine, du hast ihm geredet und nicht mal ganz rauskommt Das Opfer erlitt jeweils drei Stiche Wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde Krass! Wie bei ihm! Und das Orakel tötet? Das Orakel selbst stach nicht auf das Opfer ein? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden Deswegen wählte es eine Art Vertreter Eine beliebige Person, rein zufällig Diese Person wurde der Vollstrecker Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte Und dieser Vollstrecker, was? Was geschah mit dem Vollstrecker? Nach dem Ritual? Er wurde verrückt und begann Selbstmord Was? Nachdem er seinen Part erfüllt hatte Ein Maya-Ritual? Was also was? Scheiße! Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Ich heiße John Cunningham und ich bin Journalist, wie ich Ihnen schon gesagt habe John Cunningham Ich habe Sie lang genug aufgehalten, Professor. Vielen Dank für Ihre Mühe Wie Sie meinen, schade, dass Sie nicht noch mehr verraten möchten Ich an Ihrer Stelle würde durch den Personalausgang gehen Der Wärter hat den Artikel mit Ihrem Foto gelesen Und würde Sie sicher sofort erkennen Danke für Ihre Hilfe, Professor Okay, dann red doch mit ihm nochmal Danke, Professor Oh Mann Ich habe nur noch ein Leben Nicht scheitern Komm schon Halt dich fest Das war da gar nicht Das war ein Stuntman Oh Geil Das war da gar nicht Das war ein Stuntman Geil Ja Komm schon, spring! Oh Mann Das war knapp Krass, wer war das? Wer will mich töten? Unbekannter Ort. 31.1. Wie viel Grad war das jetzt? Ich habe es jetzt nicht gelesen. Wo bist du? Wo ist der? Das hier? Das ist Mowgli. Mowgli. Ah, da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakelstand. Was ist an dir bloß so anders? Ich kann kurz mit Kontrollordnung gehen. Das Kroma. Du hast das Kroma. Das erklärt manches. Kroma? Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Deine Zahl. Das Kroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allen. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Warum ich? Wieso ich? Warum gerade ich? Reiner Zufall. Der Vollstrecker wird stets zufällig gewählt. Einer von 16 Jahren. Es sollte mir eine große Ehre sein, Quechnitlan dienen zu dürfen. Wer? Ken Chin Han? Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber in Jenseits. Was in Jenseits? Ich habe Wichtigeres zu tun. Nein! Lass mich in Ruhe! Was? Ist das ein Puma oder was? Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Lukas! Ich hab nur noch ein Leben. Nein! Agatha! Agatha, wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die Sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Sie? Schnell! Die Zeit ist knapp und Sie sind Ihnen erneut auf der Spur. Die bewegen immer 15 Minuten lang die Lippen und dann kommt ein Satz raus. Das ist wie bei den Bruce Lee-Filmen damals. Wieder ein unbekannter Ort. Das ist minus 20 Grad, 31. Okay, auf die Plätze. Wie Sie sich ahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl. Dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja. Gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Cain zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war... anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rival. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Oh Mann, war das eben knapp. Es sei denn, Sie benutzen schon wieder in Gedanken. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können umgehen. Was war das jetzt? Ein Verhör oder was? Beziehungsweise, ja, eine Anhörung. Hallo und willkommen zurück zur Fahrenheit. Oh Mann. Was geht mit dem? Hat er sich die Haare gefärbt oder was? Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Okay, wir kriegen ihn. Zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Keynes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Okay. Steh auf. Lukas mit einer freshen neuen Frisur. Was ist denn da los? Lass mal laufen. Vielleicht können wir ja fliehen. Was ist hier? Telefon. Wen ruft er an? Geh dran, Markus. Geh dran. Ich dachte, er ruft 600-Landern an. Willkommen, mein Sohn. Was? Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Lauf! Lauf! Geh ran! Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen! Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Ach, ich bin erkältet. Ich sehe mit den Augen des Orakels. Er betrat gerade die Kirche. Ich weiß, dass er jetzt da oben ist. Wö? Was sollte er hier wollen? Da hat ihn! Markus? Markus! Ich hab doch nur genießt! 369. Hier ist... Warte, ich muss neu anfangen, Mann. Ich hab grad genießt, Mann. Was ist eigentlich passiert? Ja, okay, steh auf. Wir machen das gleiche, was wir eben gemacht haben. So. Geh dran, Markus. Geh dran! Willkommen, mein Sohn. Hallo? Ich bin sofort zurück. Ich geh nur schnell ans Telefon. Lauf! Komm, die Map. Sankt Pauluskirche. Markus! Er ist in der Kirche. Lass sie nicht an dich rankommen! Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür. Schließ sie ab. Leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an. Schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon los! Oh! Mach doch einfach. Spacko. Was ist das, oder? Ja, ich hab alles zugemacht. Und jetzt? Achso, warte mal. Dann muss ich da Bescheid sagen. Okay, ich hab abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Keine Zeit. Lauf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Schlag doch nicht das Telefon so fest zu. Jetzt hau ab. Lukas? Wie ist doch das Telefon kein Kabel, obwohl es ein Kabel können muss. Oh! Ich will gar nicht einbrechen. Ich will auch, dass da flieht. Wart mal. 361. Oder was? Das ist die falsche Zimmernummer. 374. Wart mal. Ja, aber wo ist da jetzt? Was ist das jetzt mit Lukas? Das ist die falsche Zimmernummer. Ja, wo sind hier die Nummern, Madame? Ah je. Keine Minderung. Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Möglicherweise. Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Ach, die Nummer. Umgedreht. Tyler, es ist die falsche Tür. Tyler! Hä? Es muss noch ein anderes Zimmernummer 369 geben. Aber die haben da tatsächlich 69 gemacht. Wart mal. Wo ist die 69? Was steht da? Da ist er? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Und hier ist er. Und hier ist er. Krass. Der ist geflohen. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los gehen wir. Gepackt. Oh mein Gott. Was geht? Krass. Blondie. Wer rufst mich an? Es ist Tiffany. Das ist Röckel. Lukas. Du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringt mich nicht sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte beeil dich. Sie. Ich komm, babe. Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Hat er dir gepimpert oder was? Geh mir mal auf den Rummelplatz. Minus 26 Grad. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, mit dem ich jenes Restaurant betrieben hatte, konnte nur hier rauf hinauslaufen. Ihm an dieses depressive Gerede. Ja, dann retten wir sie mal. Da ist auf jeden Fall der Rabe. Oh, wo ist sie denn? Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn. Ich muss sofort da hoch. Wo ist das Achterbahn? Da ist wieder so ein Obdachloser. Ey, da war doch am Anfang von der Story. Wo ist denn diese Achterbahn? Ich weiß nicht, wo du bist. Das war nicht richtig. Zahlt aber, ich habe kein Geld dabei. Ich versuch's dir doch zu helfen. Warte mal hier. Ah, ich muss da hochfahren. Hihi. Haben wir ein bisschen Spaß noch, bevor wir sie retten. Oh mein Gott. Das ist wie eine Achterbahn der Gefühle. Juhu. Scheiß auf die Fände. Ich will Spaß haben. Komm, steh auf. Lauf weg, Lukas. Lauf. Das ist eine Falle. Was? Ich muss sagen, ich soll dir helfen. Jetzt sagt die, das ist eine Falle. Mir egal. Ich kann nicht ohne dich helfen. Drücken sie dir. Aha, okay. Ich muss balancieren. Wow. 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 Krass, das ist so empfindlich. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Wow. Komm schon, Lukas. Ich guck nur auf den Balken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Komm schon. Wow, ja, ja. Ja. Komm schon, Tiff. Komm, befreit sie doch endlich. Okay. Plus 20. Ich liebe dich. Gute Fahrt ins Jenseits. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Sind wir tot? Lucas Cain? Lucas Cain? Oder das Orakel? Ich glaube, wenn ich Lucas bin, komme ich vielleicht wieder raus. Unbekannter Ort. Was für ein unbekannter Ort? Komm, wir sind das Orakel. Mal schauen, was passiert. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Danke. Was ist das? Jetzt ist der Tod, oder was? Weil ich ihn gespielt habe. Lucas. Fertig. Das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt. Es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Was? Ich nehme an, er träumt. 22 Grad plus stand da eben. Bin ich wieder in der Kindheit. Ich stehe mal auf. Genau, er schläft mit Schuhen. Und über der Decke. Alles klar. Aha, Knöschelbruch. Markus. Lass mich in Ruhe, Lukas. Ich hab keinen Bock, mit dir zu reden. Wach auf, Markus. Los geht's. Beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du da hin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's ne geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Mama und Papa. Warte, ich schlafe ihn noch umvoll. Vielleicht gibt's hier was, was ich machen kann. Kann ich irgendwas mitnehmen, oder so? Da ist ein Schwert. Baseballschläger. Kannst du den Baseballschläger gegen das Orakel benutzen, oder? Warte noch was. Ja, okay, raus. Ich verstehe sowieso nicht mit der Militärbasis, dass sie dort leben. Irgendwie haben die gar nichts mit dem Militär am Hut. Ups. Aber mit Kreis kann man es nochmal vergessen. Hab's total vergessen. So, wir sind Grüne. Keine Bewegung, oder ich schieße. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Macht es, er nach Hause kommt. Okay, wir gehen so lang. So wie eben. Gehen wir mal hier unten drunter. Jetzt sehen sie uns nicht, warte mal. Ich bin hier. Komischerweise werde ich von den Scheinwerfern jetzt nicht erfasst. Aber warte mal. Da ist doch, da ist. Grün sind wir. Wieso sehen die mich? Ich verstehe das nicht. Wieso sehen die mich? Okay. Wir gehen hier durch. Das ist der erste Weg. Die haben mich doch gar nicht berührt. Okay, das ist der erste Weg. Und dann. Gehen wir mal so lang. So. So wie eben. Und jetzt hier so lang. Dann sehe ich die Wachen nicht. Komischerweise. Vorhin haben die mich 20 mal gesehen. Aber ist okay. Wir beschweren es nicht. Jetzt sind wir hier. Ich kann da auch nicht hin, Mann. Ich gehe mal hier lang. Die Wache hat mich ja eben gesehen. Okay, ich wurde noch nicht erwischt. Kurz Ego-Perspektive. Bis wohin geht der Scheinwerfer. Bis da vorne. Okay, dann hinterm Auto oder was weiß ich. Markus, wohin gehst du, du Idiot? Markus, komm her. Was macht der? Der sieht doch Markus bestimmt. Wollt ihr mich verarschen? Wie auffällig hat der? Ist unauffällig, oder was? Der hat doch Markus. Da ist doch Markus. Voll der Hänger. Egal, es hat funktioniert. Guck mal, wie der da ein Abspackt. Was machst du? 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 Okay, dann muss ich weg hier. Der Scheinwerfer. Okay. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Ja, und jetzt muss ich wohl sein, oder was? Ah, okay. Ich kann tauschen. Das hat nochmal Markus gesagt, ich habe es nicht aufgepasst. Oh, Mann. Oh, Mann. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Markus. 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 Lauf. Er findet er nichts weg. Als Bruder. Markus. Lauf. Er findet er nichts weg. Als Bruder. Okay, wer geht jetzt? Oh, Mann. Der Scheinwerfer kam aber ganz schön nach. Okay. Ich bin hier. Markus muss nachkommen. Komm schon. Bitte, Steuerung. Enttäusch mich nicht. Okay. Wir sind jetzt nicht zusammen. Oh, da ist der Scheinwerfer. Wache. Ich warte besser auf Lukas. Da ist noch einen Meter hinter dir. Okay, weiter geht's. Da ist ein rotes Kreuz. Ich glaube, ich muss da was machen. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt es nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegte Untertasse drin ist. Keine Bewegung und ich schieße. Was zum Teufel habt ihr hier um diesen... Geh mir mal hinten rum. Kann ich ja vielleicht wieder einen Stein schmeißen oder was? Ja. Jetzt bist du dran, Lukas. Oh mein Gott, wie der rennt. Oh, geh hoch mit dir. Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Keynes, oder? Geh nach Hause, Junge. Geh nach Hause, Junge. Du möchtest in dieser Zeit nicht alleine draußen bleiben. Ja. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Keine Bewegung oder ich schieße. Könnt ihr mich da oben sehen? Okay, dann muss ich warten, wenn ich einwerfe. Keine Bewegung oder ich schieße. Okay, jetzt ist viel Abstand. Jetzt kann ich Schluss kommen. laufen oder 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 war das knapp einfach mal durch und doch jetzt lauf 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 junge ich mein handel sich durch hat mich doch nicht krass wie knapp das gemacht wurde jetzt okay ist wieder durch na komm schon schnell hat er es gepackt okay und jetzt einfach durch oder was einfach durchlaufen einfach durch okay wir versuchen es einfach mal schauen wir mal ob da ein alien ist aber nicht in der area 51 kann man auf jeden fall google area 51 das mysteriöse us keine ahnung was das sein soll aber auf jeden fall war da gar nichts und daraus stellen dass er nichts ist es war nur mit der schützpunkt ja gut ich bin jetzt hier okay eingeht der eingang wie ein box und wir nutzen brust ausgestreckt breite schultern als wäre er nicht mehr er selbst komm schon mal auf was ist da jetzt warte mal zeigt mal was es kommt was den anruf erhielt zögerte ich keine sekunde ich erzählte niemandem davon nicht mal teiler alles was ich wusste war dass ich zum grab von tiffany harper kommen sollte die am gleichen morgen beigesetzt worden war lukas kent ist tiffany tot was macht was habe ich getan die sind alle gestorben man ist es ist es gerade eil nein tiffany sie war ein guter mensch sie hatte mit all dem nichts zu tun sie haben nerven herr kane mich anzurufen und ein treffen zu vereinbaren wo ihnen jeder bulle auf der spur ist ich bin perplex ihre untersuchung enthält viel zu viele grauzonen als dass sie die offizielle version glauben würden sie sind hier weil sie hoffen von mir antworten auf ihre fragen zu bekommen antworten ok sein atem erzeugt keinen dampf als sei er von vornherein kalt ja und wer ist dann der mörder ich weiß nicht wie er heißt das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes wesen alles was ich weiß ist dass er ein maier oracle ist der die fähigkeit hat jede erinnerung bei denen auszulöschen die ihn gesehen haben das orakel das orakel arbeitet nicht allein oder er ist teil eines geheimclans der nur die mächtigsten der mächtigen vereint ihre macht kennt keine grenzen und sie werden alles tun um das indigo kind zu finden ist es der orangene clan sie kennen ihn schon ich besuchte einen der mörder in einer anstalt er erzählte mir davon das ist alles kaum zu glauben nein aber seine geschichte ist stimmig und passt zu dem was ich inzwischen weiß das krass ist ich habe das spiel nur sie so gar nicht gespielt woher wissen sie das alles ich weiß es eben die frage lautet nicht ob das was ich sage war oder falsch ist sie lautet werden sie mir helfen wieso erzählen sie mir das alles weil sie die einzige sind die weiß dass das was ich sage wahr ist selbst wenn sie recht hätten was können wir schon tun niemand wird uns das glauben und wenn das orakel all diese kräfte besitzt wie sollen wir es dann aufhalten indem wir das indigo kind vor ihm finden und in sicherheit bringen wissen sie wo sie ist noch nicht aber sicher bald ich kann durch die augen des orakels seine visionen sehen und werde wissen wo sie ist das ist doch total verrückt ich kann kaum glauben dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen mörder nachdem das ganze land fahndet über die rettung der welt rede die wahl liegt ganz allein bei ihnen sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen das kind zu retten entscheiden sie sich aber schnell wenn die zeit wird knapp was soll ich bloß tun wenn er lügt leiste ich einem mörder hilfe und lande im gefängnis aber wenn er die wahrheit sagt muss ich helfen sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein held keins von beiden ich war nur im falschen moment am falschen ort hier ich habe euch getötet auszusehen ok auf die plätze seine hand eiskalt Tiffany Tiffany Was habe ich getan? Hallo und willkommen zurück zu Fahrenheit und schauen wir mal mit wem es weiter geht Lukas Lukas oder Tyler wir nehmen Carla sie soll irgendwie Lukas helfen mal schauen was passiert viel Spaß was was im ganzen land ist die wasser und stromversorgung zusammengebrochen die armee wurde beauftragt unter Schlupf und die notwendigsten Güter bereit zu stellen aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegung freiheit auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen die Wissenschaftler wenn sich diese Kältewellen inzwischen die gesamten Planeten betrifft und immer nicht vollständig erklären Minus 47 Grad Tja da können wir nichts mehr machen jetzt liegt es beim Militär den Leuten zu helfen du solltest ein wenig schlafen hast seit zwei Tagen keine Auge mehr zugetan dafür muss ich erst wieder warm werden ist alles abgefroren teile hin für warm zu werden du Carla kann ich dich mal ganz offen was fragen dann wohl besser jetzt oder nie ich hab das Gefühl du verheimlichst mir irgendwas in diesem Cain Fall stimmt's? ich wei ihn ein komm ja ich hab ihn gefunden aber ich halte ihn für unschuldig ich hab nichts gesagt um dich nicht darin zu verwickeln Tyler bist du mir böse? nein aus dem ist das nun eh unwichtig bei dem was hier abgeht und solange du überzeugt bist das Richtige zu tun kannst du kaum daneben liegen jo gute Einstellung Sam ich hab nur mit dir geredet Sam sie ist nur eine Kollegin hey Carla die eine Sache von gestern du hast du hast wir haben nichts gemacht wir haben uns nicht getroffen du hast mir keinen du weißt schon wir reden hier weiter ja wir reden später weiter ich erkläre dir dann alles Sam hey wie geht's äh Schatz alles klar Sam was machst du denn hier baby? Hallo in einer Stunde geht ein Zug nach Florida wahrscheinlich für lange Zeit der letzte ich werde ihn nehmen Tyler wenn's sein muss auch ohne dich wenn du mich wirklich liebst gibst du deinen Job auf und kommst mit wenn diese Kälte aufhört fangen wir ein neues Leben an ein normales Leben du musst dich entscheiden Tyler ich hab Gänsehaut man für die Liebe der geht mit ich liebe dich auch Sam für nichts in der Welt würde ich dich auch verlieben Tyler ich hatte solche Angst dich zu verlieren Gänsehaut ich komm sofort ich bin ganz ehrlich ich spiel einfach nur die Story nur noch weiter ich spiel mit Carla und Lucas es ist zu anstrengend mit dreifächigen Leuten zu spielen deswegen soll er gehen soll er mit seiner Liebe weiter gehen ey Carla was geht ich ey ich muss leider nach Florida Carla ich solange du überzeugt bist das Richtige zu tun kannst du nicht wirklich daneben liegen viel Glück in Florida Tyler danke korrekt echt korrekt auch die Plätze oh ok 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 dieses Kind St. Thomas St. Thomas wo sind wir wieder wie sieht der jetzt aus wie sieht der jetzt aus wie sieht der aus als halt auf Heroin oder so what the fuck finde ich das mit Carla zusammen ist der nicht kalt minus 47 Grad oder hab ich die so heiß gemacht und was ist hier los alle wo ist Tiffany im Raum ist der tot der nicht tot aber sie ist tot das Weißenhaus niedrig 55 Grad da wären wir bist du dir deiner Sache sicher das Orakel hat das Kind gesehen genau wie ich er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein ich muss sie finden bevor er es tut warte hier auf mich ich beeil mich ok ich bin Lucas alles klar aber dass der Motor läuft ist richtig krass dass er warm wird ich glaube wir haben 3 Stunden lang versucht den Wagen warm zu regeln ich kann nicht mal auf Deutsch sie haben 3 Stunden versucht den Wagen warm zu bekommen ich darf keine Zeit verdienen dann lauf ich muss das Mädchen vor dem Orakel sind ok renn Ora... Indigo Kind wo bist du? was ist jetzt mit der Nonni hier? Hallo Hallo sie dürfen da nicht rein hey Nominus Patrus sei ruhig jetzt ich muss mich beeilen das Orakel wird hier im Moment da sein ok die Nonni ist glaube ich Kaufer für Büromanagement Indigo Kind nein das ist sie nicht ok der Lauf Lukas wo ist... wo ist... ich will aber mit Tiffany Tiffany ist doch meine Freundin Bart lauf nach vorne ist doch schon irgendwo da hinten da ist es doch rot geh da rein achso da komm ich gar nicht rein geh da rein nein das ist sie nicht da war doch eben dieses Porträt da war doch dieses Bild das heißt sie muss da irgendwo wo es dort gewesen sein warte man ja hier kann ich das hier nicht aufmachen? dann mach halt hier die Tür auf komm Indigo Kind ist sie da drin? nee das ist sie nicht ach man ist es langsam spannend ist sie hier drin? sie dürfen da nicht rein komm Johanna ich habe dich im Traum gesehen du musst mit mir kommen wir müssen sofort von hier weg was Orakel ist los als wäre sie gar nicht da ja was Orakel ist das irgendwo hier ne schon die ist schon da ok lass abhauen diese verdammte Steuerung du lebst also noch immer ich weiß zwar nicht wie du das geschafft hast aber das spielt jetzt keine Rolle mehr gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod wenn du sie zu deinen Gebietern bringst wird sie dazu herhalten müssen die Menschheit zu versklaven was kümmert dich das? du wirst tot sein bevor diese eintritt gib mir das Kind ich habe keine Zeit für solche Spielchen lass aus dem Fenster raus komm schon da ist noch Exit 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 geh doch raus jetzt man oh mein Gott ich raste hier noch raus da ist ja schon wieder das Orakel man was ist mit dem los? will der mich verarschen oder was? der spielt ein paar Spielchen mit mir du musst hier bleiben und ruh dich nicht vom Fleck okay? ich komm zurück und hol dich hoffentlich hoffentlich what the fuck Alter Matrix komm schon super super das ist voll anstrengend man komm schon komm schon Lukas was alles ich hab noch gedrückt und noch ein Leben komm schon komm schon komm schon mach dich ich weiß gar nicht was passiert ich guck nur noch auf die Farben was machen die alle? Transformers Avengers ich drück doch ich drück doch komm schon 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 Oh, komm, 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 komm. Da macht es so wie Jason die Karate-Tiger. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Jason! Kein Rückzug! Kein Aufgeben! Komm schon! Ivan Kaszynski! Komm schon! Steh auf! Ich bin gerade gerade gespannt! Komm schon! Steh auf! Ich habe noch alles richtig gedrückt! Indie-Ko-Key-Dirft mir! Habe ich es gepackt! Komm schon, Lukas! George Clooney-Style! Ach, jetzt kommen die Poolen auch noch! Ich habe nur noch ein Leben! Indie-Ko-Kind! Komm, der macht... Mach super! Steh auf! Spring! Krass! Komm schon, Lukas! Der Rett an der Wand entlang! Krass, das kann ich auch! Oh mein Gott! Indie-Ko-Key-Dirft! Lukas! Was? Ich habe nur gedrückt! Damit endet meine Geschichte. Ich hatte... Nochmal. Jetzt geht es weiter. Ich habe es wieder gepackt. Ich habe sogar ein Leben mir aufgespart. Da habe ich voll nicht gescheitert. Okay, nehm das Indie-Ko-Key-Dirft und hau ab hier! Komm schon! Lukas! Okay, jetzt geht es wieder los! Ich drücke so schnell ich kann! Ich drücke so schnell ich kann! Ich bin langsam! Okay, super! Spare dir die Finger auf! Okay. Haben wir auch gepackt. Jetzt lauft den Wett... Jetzt, jetzt, jetzt! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Nein, der geht runter wieder! Der Ball geht runter! Pack es! Pack es! Komm schon, Lukas! Lukas! Meine Finger! Ich rekleine jetzt die Entscheidungszündung! Okay. Und jetzt, meine Herz! Meine Herz! Jetzt geht es weiter! Komm schon! Ich habe es gepackt! Ich glaube, ich habe es gepackt. Was passiert ist? Sie haben das Kind! Agatha! Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Nur 10.000? Eine neue Ära, voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, Sie zu wählen. Mich? Sie haben mich manipuliert! Sie... Sie haben mich von Anfang an benutzt, oder? Ich habe gesagt, sie liebt mich! Mich manipuliert, damit ich das Kind für Sie finde. Manipuliert würde ich nicht gerade sagen. Eher geleitet. Wir beschützten Sie, weil wir wussten, dass Sie uns zu ihm bringen würden. Sie... Auf wessen Seite stehen Sie, Agatha? Wer sind Sie eigentlich? Wir wollen verhindern, dass der orange Neclan das Kind bekommt. Denn damit könnte er die Menschheit noch stärker kontrollieren. Das Kind braucht ein sicheres, geheimes Zuhause, in dem es niemand mehr für böse Zwecke benutzen kann. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbeine erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden Ihren Körper und belebten Sie wieder. Aber in Wahrheit sind Sie tot, Lukas. Tod? Das... Das kann nicht sein. Ich bin nicht tot. Ach, Leben. Tod. Nichts als abstrakte Begriffe. Sie gaben ihr Leben, damit die Menschheit überleben kann. Sie sind ein Held, Lukas. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen. Und es gelang ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen. Sie haben ihre Aufgabe gut gemacht. Ja, und was ist mit Tiffany? Nein, ich traue Ihnen nicht. Jade bleibt bei mir. Ja. Du machst einen großen Fehler, Lukas. Ich werde dich beseitigen müssen. Krass. WTF alle? Wenn du dich wiederbelebten, fügen wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Ein was? Kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Okay, nicht berühren. Ewigerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Okay, auf die Plätze gleich. Komm schon. Und jetzt? Was passiert jetzt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Nein, geh nicht in das Loch. Nicht in das Loch. Nicht in das Loch. Komm schon. Tiffany. Tiffany. Für dich. Ich werde deinen Tod nicht umsonst lassen. Und dann noch auf den Füßen gelangen. Steh auf, Lukas. Schnell. Carla. Schnell. Hierher. Penner. Lauf. Ich kapiere gar nichts. Wir haben einfach so einen Cut in der Story reingemacht. Nein, es ist einfach so ein Cut in der Story. Was ist denn das? Ist das jetzt die Ghostbusters oder was? Das Orakel guckt auch zu. Der Shield. Guckt er gerade mich an? What the fuck? What the fuck? Ich erinnere mich nicht. An die ganzen Sachen hier. Unterirdische Geheimbasis. Hey. Ich glaube, daran erinnere ich mich jetzt ein bisschen. Als ich das erste Mal Fahrenheit durchgespielt hatte, war ich in so einem unterirdischen Geheimdingsbumster. Und dann war auf einmal die Story vorbei. Ist es jetzt wieder so oder was? Ich kapiere gar nichts. Was habe ich falsch gemacht? Dass es hier so negativ abläuft, Mann. Hey, Penner. Erklär mal. Ah. Einfach runtergehen. Carla. Was ist hier los? Hey, du. Rebell. Erklär doch mal. Mann. Was ist hier los? Ja, was ist hier? Soll ich das Indigo-Kind jetzt in das Fass hier rein oder was? Und dann mit Säure auflösen? Ich habe meine Sonnenklassen. Okay. Andersrum. Okay. Ich kapiere gar nichts. Mann. Was ist hier los? Mann. Carla ist irgendwie. Hat Ahnung von allem. Die kennt den Typen. Die hat mir irgendwie so den Weg freigeräumt. Die haben einfach so die Story einfach. Die Story ist rum oder was? Das Spiel ist vorbei. Ich kapiere gar nichts. Werden jetzt die nächsten 10.000 Jahre hier unten sein. Wer, wie, was, wo? Wo sind wir? Sieht aus wie eine verlassene U-Bahn-Station. Der Mann. Weißt du, wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Er sagt mir, wir sollten ihm folgen. Und die sagt einfach ja. Und? Was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Die arme Kleine. Nachdem ich in dieses Ding auf dieser Achterbahn da war und dann abgestürzt bin und Tiffany hat zu mir noch gesagt, nein, das ist eine Falle, komm da nicht, komm nicht her. Und dann auf einmal hat das Orakel uns abstürzen lassen. Seitdem ist es irgendwie voll crazy geworden. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang vom Let's Play gesagt habe, im ersten Teil. Das es skurril ist, irgendwie crazy ist. Und irgendwie komisch, Mann. Irgendwie seitdem ist einfach so ein Cut, so ein richtiger Cut in die Story reingekommen. Und irgendwie, da war die ganze Zeit so ein schöner Fluss im Spiel. Und jetzt ist es echt komisch, Mann. Es ist echt merkwürdig geworden. Dann auf einmal sind seine Haare anders, seine Haarfarbe. Wo ist Markus überhaupt? Wo ist sein Bruder? Ich kann mir gar nichts mehr. Und ich erinnere mich halt daran, dass ich halt... Markus! Markus, wie kommst du hierher? Und den glaubt er! Ja! In Wirklichkeit was? Dass ich was? Das wird der Mann dir erklären. Ja, klasse. Markus ist mein Bruder. Wir sind miteinander aufgewachsen. Wenn ich ihm was erzähle, dann glaubt er mir gar nichts. Aber irgendwelche obdachlosen Banden, dann glaubt er. Irgendwie, Markus, irgendwie... Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Aber was ich noch zu Ende sagen wollte, da ist halt so ein richtiger Cut gewesen. Die Story hat gar keinen Fluss mehr gehabt. Und auf einmal ist es... Auf einmal ist Lukas hier irgendwie... Der Superheld hat einen Verband, äh, keine Ahnung. Und Tiffany ist tot. Alles vorbei, irgendwie. Da hat sich eine Geschichte aufgebaut am Anfang. Und auf einmal, zack, Indigo-Kind-Orakel. Ja, keine Ahnung, was hier abgeht. Aber egal. Die sterben werden. Okay. Willkommen im Lager der Unsichtbaren, Lukas. Okay, im Lager der Unsichtbaren. Setz dich zu uns, ans Feuer. Okay, alles klar. Jetzt, Dankeschön, danke, dass du mir einen Platz anbietest. Und jetzt kannst du mir gerne einmal alles erklären. Ich leg mal den Controller weg. Ah, ne, ich muss ihn wieder benutzen. Unsichtbaren? Sie nennen sich selbst die Unsichtbaren. Wir sind alle obdachlos. Obwohl wir in jeder Stadt anzutreffen sind, nimmt niemand von uns Kenntnis. Dadurch sehen wir, ohne gesehen zu werden. Und können unsere Mission unbemerkt durchführen. Ähm, Agatha? Neben dem orangenen Clan gibt es noch einen, stimmt's? Das Wesen, das Agathas Äußeres annahm, wollte das Kind auch. Wir haben den Lila-Clan selbst erst vor kurzem entdeckt. Wir wissen kaum etwas über ihn. Vermutlich haben einige KIs in den 80ern übers Web eine Art Bewusstsein erlangt. Sie wollen das Indigo-Kind, um auf der Erde die vorherrschende Lebensform zu werden. Zuerst die Dinosaurier, dann der Mensch, und jetzt die künstliche Intelligenz. Achso, die Dinosaurier haben die auch zerstört, alles klar. Kroma? Sie haben mir das E-Mail zum Kirstenfall geschickt, stimmt's? Aha, war deres. Wo waren die dann? Im Internet-Café oder was, als sie da geschrieben haben? Was ist mit dem orangenen Clan? Wer steckt hinter dem orangenen Clan? Es heißt, es seien fünf. Fünf, die die Welt regieren. Verwaltung, Polizei, Armee, Finanzen, Medien. Sie kontrollieren alles. Der orangene Clan hat über die Jahrhunderte hinweg ein Imperium aufgebaut, das die gesamte Welt regiert. Okay, also vor 500 Millionen Jahren waren es auch die Medien, alles klar. Und die Geschichte der Clans. Sie sagten die Clans. Wie viele gibt es denn? Früher besaß jedes Königreich seinen Clan. Aber dann bekriegten sie sich und einer nach dem anderen verschwand, bis nur noch einer übrig war. Der westliche, der orangene Clan. Sie meinen... Die Prophezeiung war seit Anfang an alles, was das Tun der Mächtigen bestimmt hat. Sie bekämpften sich allein in der Hoffnung, dadurch ihre Chance zu verbessern, das Indigo-Kind zu finden. Das rückt die Weltgeschichte in ein ganz neues Licht, oder? Ah jo. Gab's auch schon Banken in den Dinosaurier-Zeiten, oder was? Wusste ich nicht. Da hab ich was anderes in meiner Geschichte Zeit gelernt. Die Prophezeiung. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind zu einer Chroma-Quelle bringen. Nur dort verkündet es seine Nachricht und erfüllt die Prophezeiung. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur drei solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wishita. Wishita? Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler, sie arbeiteten für die Regierung. Ach so. Das erklärt natürlich so einiges. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens dorthin bringen, bevor es da hinsieht und stirbt, ohne die Nachricht verkündet zu haben. Ist noch nicht vorbei, ja, okay. Dann fahren wir los. In zwei Stunden, sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der Orangene-Clan und der Lila-Clan in Wishita schon auf euch warten. Sie schrecken vor nichts zurück, um euch daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Wir werden uns um das Kind kümmern und versuchen, es mit etwas Chroma aufzupäppeln. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich glaube, die Obdachlosen machen ihnen wieder mal eine Orgie oder so. Samuel L. Jackson, alles klar. Tyler ist in Florida. Wir sind in der Mutter. Ich bin tot müde, Carla. Ich befolge Oga als Rat und lege nicht schlafen. Der ist tot müde. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinlege. Okay, also es ist noch nicht vorbei. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es halt dieser Part, wo es halt crazy ist. Aber irgendwie amüsant. Irgendwie macht es Spaß. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist das? Ein Kendo-Stick da hinten? Warte mal. Okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Was kann ich hier noch tun? Das Feuer. Kann ich mit den ganzen Leuten hier noch reden? Nein. Markus sitzt hier rum. Der glaubt den ganzen Obdachlosen, aber der glaubt Lukas nicht. Alles klar. Geh mal hier rein. Wer war da glaubt? Da war, glaube ich, Leben. Geh doch mal rein jetzt. Hallo, bitte. Steuerung. Bitte. Steuerung. Tu mir doch einmal den Fall. Funktionieren. Okay, plus eins. Immerhin. Okay, hier ist nichts außer dem Leben. Aber das hat schon einiges geholfen. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen später. Oh, da hinten ist noch was. Was ist das jetzt? Ein altes Radio. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Okay, Batterien und eine Antenne werden wir jetzt besorgen, aber was für Informationen von der Oberfläche. Wir sind seit 10 Minuten da unten. Da ist auf jeden Fall eine Taschenlampe. Da nehmen wir ein bisschen Batterien raus. 100 Pro. Wie wird das so sein jetzt? Okay. Taschenlampe. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Was machen wir noch mal das andere? Egal, wir suchen einfach mal von oben. Dann fehlt mir schon was wir brauchen. Gehen wir einfach mal ins andere Abteil. Ja, bitte die Steuerung, bitte. Ich glaube jetzt nicht. Kann ich auch das Maschinengewehr benutzen? Ah, hier ist noch frei. Hier ist noch ein Eingang. Das Indigo-Kind. Kann ich mit ihr reden? Wie geht's ihr? Sie schläft endlich. Sie hat kaum noch Kraft. Ich habe alles versucht. Aber sie muss unbedingt zu einer Chroma-Quelle. Chroma-Quelle? Ich denke die ganze Zeit gerade an Chroma-Key. Queenscreen. So, komme ich hier irgendwie noch raus. Jetzt gehe ich wieder raus. Ah, bitte. Wie komme ich jetzt noch mal raus? Ja, hallo. Ah, okay. Langsam werde ich ein bisschen ungeduldig, muss ich ehrlich sagen. Es wird einfach, seitdem wir abgestürzt sind, auf der Achterbahn ist irgendwie so abrupt geworden. Alles so abrupt. Ich will mich nicht hinlegen. Ich brauche doch noch was fürs Radio. Warte mal. Ist jetzt Carla mit, äh, mit Lukas zusammen oder was? Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Okay, wir haben jetzt alles fürs Radio. Und Carla ist jetzt einfach so mit Ding, äh, mit Lukas zusammen irgendwie. Und wo ist Tommy oder wie da ist, ihr Freund da? Vergessen wir einfach mal die ganzen Nebencharaktere. Einfach weg. Jetzt sind wir mit ihr zusammen. Äh, machen wir mal die Batterie rein. Jetzt ist, äh, Carla mit, äh, Lukas zusammen. Tiffany ist tot, interessiert keinen. Und wir verteilen jetzt in Florida mit Sam. Und wir sind jetzt irgendwo im Untergrund. Und ich habe mir gar nichts mehr. Das ist ein bisschen zu abrupt. Aber irgendwie geil. Okay. Vielleicht ist es ein Fehler, das Radio einzuschalten. Vor wenigen Tagen werden auf dem Planeten erneut Steinzeit abgebildet. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Münderungen zu verhindern. Und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ritterinnen weltweit werden bald vollständig von Eisbedingungen sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren. Und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Wenn die Temperaturen weiterhin sinken... Glaubt mir, Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes für alle Sünden der Menschenheit. Ach, das ist gut. Okay. Die neue Eiszeit ist eingebrochen, alles klar. Ice Age. Die Apokalypse. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen um Mishita. Ja, ja. Mishita, Shikita. Leg dich auch mal hin. Achso, da ist das Indigo-Kin. Ich will mich auch hinlegen. Ah, wir waren noch gar nicht am Feuer. Warte mal. Ich konnte noch die ganze Zeit das Feuer ausführen. Wärm dich mal zum Laufkader. Ah ja, Apokalypte. Jetzt kommt Ice Age. Vielleicht kommt ja Money und Scratch und so. Keine Ahnung. Wärm dich mal auf. Genau. Okay, reicht. Wir gehen mal weiter jetzt. Kala. Kala. Hey Schatz, ich bin wieder zurück. Komm schon. Hey Babe. Leg dich rein. Wie für krank fliegen die da rum? Lukas, ob sie benötigt sind. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Wälder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich, ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre. Glaube ich nicht, Carla. Sorry. Ich bin doch mit Tiffany zusammen gewesen. Aber egal. Ich nehme euch beide. Wie küssen die sich? Eiskalt. Deine Lippen sind eiskalt. Ich bin doch tot. Nur zu sehen vor, Carla. Ich liebe dich, Lukas. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Jetzt, jetzt komm. Runter mit dem Häuschen. Lass mich die beiden allein. Lukas denkt sich wahrscheinlich, ich mach's alle klar. Erst Tiffany. Dann Carla. Agatha. Das Orakel. Ich denke sich wahrscheinlich, ich hatte noch nie Sex mit deiner Leiche. Die Vichita Militärbasis. Minus 16 Grad plus hier. Okay, wir sind wieder in Vergangenheit. Wer redet da miteinander? Sind es die Eltern? Streiten die sich? Oh mein Gott, kein Gräschelbruch. Alles klar. Wer der jetzt macht, muss ich nicht. Okay, mach die Tür auf. Schauen wir mal, was passiert. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Merrin. Das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Ja, alle. Niemand wies was Besonderes auf. Wir haben alle untersucht. Und außerdem, wenn es am Artefakt liege, werden wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Merrin. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas? Lukas' Vater ist aus dem Schwabenland. Die Vichy der Militärbasis. Minus 60 Grad. Krass. Okay. Was für ein Schneemobil. Wir sind wieder mit Carla unterwegs. Wir hatten Sex. Aber wir müssen weiter machen. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz hinter der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Aber es ist schon ziemlich früh, hat die zu mir gesagt, dass sie mich liebt. Also, wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Carla ist schon ein bisschen anhänglich, ne? So. Aber egal. Ah, ich muss. Ich muss drücken. Komm schon. Indigo, Kind. Ich will dich retten. Okay. Wie lange soll ich das noch machen? Die Hände verkranken gleich. Ich merke schon. Ich bekomme gleich eine Sehnschein. Aber egal. Für das Indigo, Kind, will ich für die nächsten 10.000 Jahre müssen... Das ist anstrengend, Mann. Für die nächsten 10.000 Jahre. Das müsste ich jetzt ja wieder machen. Wenn Paranite Teil 3 rauskommt in 10.000 Jahren. Und die 500.000 Spin-Offs. Ah, hey. Das ist wohl anstrengend. Oh, es gibt was noch bei. Oh, tut weh. Schmerz. Indigo, Kind. Okay, geh mal hier rein. Und. Ferdig. Okay. Okay, jetzt wieder hoch. Okay, es ist die Lächende Sequenz. Das sind doch meine Freunde, oder? Nicht schießen. Ich bin einer... Die 1.000 Jahre. Seit 2.000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du brichst mir das Indigo, Kind. Welch Ironie des Schicksals. Der Orangene Klan wird die gesamte Menschheit versklaven, wenn sie das Geheimnis erfahren. Macht das etwa einen Unterschied? Wir regieren bereits die ganze Welt, Lukas. Das Kind wird uns ultimative Macht verleihen. Wir werden den Göttern ebenbürtig sein. Das Kind bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Boah, aber was ist los wieder? Jetzt geht's wieder los. Okay, 3 Leben. Boah. Was schießt der? Boah, das war ein Illuminati-Zeichen eben. Oh, das dauert voll lang. Boah. Lad dich auf, Trank. Boah. Ey, scheiße. Krass. Da macht es auch eine Attacke. Boah, der tanzt nicht auf. Jetzt wieder. Warte. Ey, ich muss immer wechseln hier. Okay, gleich habe ich es aufgefüllt. Voll geil gerade irgendwie. Gleich wieder Super Saiyan. Jetzt wieder aufladen. Komm. Vegeta. Vegeta. Ja. Da macht er, denke ich, da mal. Der holt Kräfte von allen Menschen. Komm schon. Und? Der landet auch immer auf den Füßen. Er hat ein bisschen gelächelt zum ersten Mal. Ich glaube zum ersten Mal. Und tot. Und der auch natürlich auch noch. Jetzt kommt der da. Du bist noch dichtköpfiger als du einmaler Mensch. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind abhängig. Ihr Winterwert und Spezies werdet aussterben. Genau wie einst die Dinosaurier. Wir die künstliche Intelligenz werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mithilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Komm schon, komm schon. Schnell! Komm schon! Du wirst mich niemals regieren! Oh Mann! Ich regiere noch eine Seelschein-Entsündung! Komm schon! Schnell! 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 Komm schon! Lukas! Oh Mann! Oh Mann! Boah! Boah! Kamehameha! Habe ich die zerstört?! Ich glaube ich hab's gepackt. Ich darf nicht von dem Ding da berührt werden, oder? Komm schon. Lass gehen. Was machen wir jetzt? Soll ich ja zu den Brunnen da gehen, oder was? Zu diesem See, oder was es da sein soll? Aber da ist auch das Orakel reingeflogen, nicht dass da was passiert. Soll ich das wirklich tun? Soll ich da wirklich mit der Kleinen hin, oder was? Okay, ich wünsche mir Glück. Ich will nur das Beste für dich, Indigo Kind. Sie hat keinen Namen, ich nenne es einfach nur Indigo Kind. Okay, lauter. Was hat sie gesagt? Das kann nicht sein. Ruhe, Frieden, Indigo Kind. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Was auch immer gerade passiert ist. Ja, auf der Maiskala reingekommen. Ich habe dir doch gesagt, es soll ich im Auto bleiben. Legen wir mal die Autografie. Ich glaube, es ist vorbei. Oder? Ich habe alle vernichtet. Was ist mit Tiffany? Die war gut. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der Lila Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit drei Monaten mit Tarla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogarts Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Kroma in Vichita bestrahlt wurde. Genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Bist du sicher, dass du schwanger bist? Und ich denke daran, oh mein Gott, sie ist schwanger. Sie war nur ein One-Night-Stand. Ja, das ist das Ende von Fahrenheit. An dieses Ende erinnere ich mich noch ungefähr. Also an dieses Bild, dieses bunte Bild mit dem Baum. Als ich das zweite Mal das Spiel durchgespielt hatte, war das so. Ende. Schön, schönes Ende. Okay, da haben wir halt ein Happy End offiziell. Und ja, das war das Spiel. Wir waren nicht direkt da hingegangen zu Tiffany, als Tiffany gesagt hat, komm nicht her. Vielleicht wäre sie dann auch nicht gestorben. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, geiles Spiel. Das war ein bisschen abrupt. Seit dieser Achterbahn-Geschichte da, ist es total crazy geworden. Total abgehoben. Total komisch gewesen. Auf jeden Fall natürlich interessant. Damals, als ich das Spiel durchgespielt hatte, ist es auch schon über 13, 14 Jahre her. Ich glaube 2005 kam das Spiel raus. Ja, und dann haben wir es auch gleich gezockt, als es rausgekommen ist. Da war es natürlich was Geiles, was normales. Damals war es auch schon crazy. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Als ich das erste Mal das Spiel durchgespielt hatte, waren wir in diesem Untergrund. Und dann war, also Lukas und Carla, wir waren im Untergrund. Danach war das Spiel vorbei. Jetzt, dann als ich das zweite Mal das Spiel durchgespielt hatte, war das Ende so wie jetzt. Also das mit dem Baum und so weiter, dass wir alle besiegt haben. Und ja, also danach kam ja noch, das ist ja ein Quantic Dream, das Spiel, danach kam ja noch was raus. Danach gab es noch Heavy Rain. Absoluter, absoluter Top-Klassiker. Beyond Two Souls war auch ein gutes Spiel. Und Detroit Became Human war auf jeden Fall ein abnormales Spiel. Also Quantic Dream hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Written and Directed by David Cage. David Cage ist ja der Leiter von Quantic Dream, von den ganzen Spielen. Und war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Richtig gut gemacht. Wenn dir das Let's Play gefallen hat, wenn dir das Spiel gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Und beim nächsten Let's Play geht es weiter. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.